Was wir haben, sind die Grünen, die das ganze feministische Außenpolitik oder moralische Außenpolitik, das ist ein Rezept für einen Desaster. Und was erwartet man, was für Effekte das hat? Also das heißt, Putin nennt uns jetzt mittlerweile, also den Westen, das Imperium der Lüge. Und so richtig widersprechen würde ich da nicht. So funktioniert das nicht. Das einzig Relevante an diesem Thema ist, wie werden die Russen es betrachten? Wenn die Russen der Meinung sind, dass wir damit Kriegsteilnehmer geworden sind, dann stehen die Konsequenzen für uns im Raum. Darum geht es. Und es ist brandgefährlich. Sag nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, man wird eine Atommacht nicht in die Knie zwingen können. Russland ist nicht der Bär, der auf einmal losspringt und das arme Kaninchen, sondern das ist ein Hund, der in die Ecke getrackt worden ist, der getreten wird die ganze Zeit und die wundern sich, dass er geschnappt hat. Das ist nämlich genau das, was jetzt Baerbock macht, dass sie sagt, mit Putin kann man nicht verhandeln. Denn erst, wenn er besiegt ist und weg ist. Ich habe auch im Radio heute gehört, das muss man sich mal vorstellen, da sagte die Journalistin, es ging um ein Jahr Krieg. Also heute ist gerade, während wir aufzeichnen, der Jahrestag. Und dann hier ist es, erst wenn es Putin nicht mehr gibt, kann es Frieden geben. Was ist denn das für ein Satz? Hallo liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, ich sitze heute das erste Mal in einem Studiointerview zusammen mit dem Dirk Pohlmann. Ja, Dirk, du bist Journalist, erstmal vielen Dank, dass du hier bist. Da nicht für. Ja, du beschäftigst dich mit vielen, vielen Themen unserer Zeit, hast auch ein breites Wissen über geopolitische Zusammenhänge und entwickelst natürlich auch, wie soll ich sagen, andere Sichtweisen auf die Themen, die wir heute besprechen wollen. Ja, es geht auch um Geopolitik, es geht natürlich um die Ukraine, es geht natürlich um Waffenlieferungen. Fangen wir einfach an. Ja, der Ukraine-Krieg schwebt quasi über uns seit über einem Jahr. Das ist ungefähr ein Jahr her, dass die sogenannte militärische Sonderoperation dort begonnen hat. Ist es denn jetzt eine militärische Sonderaktion oder ist das ein Krieg? Oder was bitte versteht man unter militärischer Sonderoperation? Ich glaube nicht, dass es da eine Lehrbuchdefinition gibt. Die Sache ist, dass Putin damit klar machen wollte, dass es zwei Ziele gab. Die hat er ja immer wieder benannt, also die Entnazifizierung von der Ukraine, die eines der Hauptziele ist, und eben Donetsk-Luhansk, also das heißt der Schutz dieser Gebiete. Der Krieg hat ja nicht wirklich im Februar 2022 angefangen, sondern 2014. Danach kam ein Bürgerkrieg. Also die Zahlen sind in unserer Filterblase. Filterblase ist ein riesiges Problem in diesem Sektor. 14.000 Leute, Menschen, die ums Leben gekommen sind in diesem sozusagen dauernden Zermürbungskrieg. Und dann begann ja wenige Tage vor dem Einmarsch der Russen, begann die Erhöhung der Schlagzahl bei den Artillerieangriffen, was die OECD aufgezeichnet hat. Also bis zur Vierzigfachung der Menge an Artillerie, die geschossen wurde. Und es sah doch sehr danach aus, es ist ja unmittelbar vorher auch ordentlich provoziert worden. Also dieser Begriff unprovozierte Angriffskrieg ist Propagandaversion. Ich erinnere nur daran, dass die Russen hatten einen Brief geschrieben an das amerikanische Außenministerium und dann die NATO, der beantwortet wurde. Ich habe dazu bei 321, der unbedeutenden Publikation, deren Chefredakteur ich bin, einen eigenen Artikel geschrieben, weil da zum Beispiel Sachen drin waren, die gar nicht berichtet wurden bei uns. Zum Beispiel, dass die USA gesagt hatten, dass sie zweiseitige Verträge abschließen würden und auch in Erwägung ziehen, Nuklearwaffen in den angrenzenden Ländern und in der Ukraine zu stationieren. Das ist so massiv, dass klar ist, dass die Russen, Putin ja oder nein, das wird ja alles personalisiert, das niemals akzeptieren können, dass so etwas passiert. Es wurde von der, Zelensky sprach von der nuklearen Wiederbewaffnung der Ukraine, die ja als wichtiger Luftfahrtstandort und auch militärindustrieller Standort mit in der Produktion war. Weil sie eigentlich auch das Wissen hat über diese Nuklearwaffen und ankündigt, der wolle das wieder. Das war stehende Ovation bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Sollte man auch nicht vergessen. Sicherheitskonferenz vor allem. Ja, ja. Also wie das immer auch Verteidigungsminister. Die Kriegsminister heißen Verteidigungsminister und der Inlandsgeheimdienst heißt Verfassungsschutz. Das ist so ein Kennzeichen des Westens, diese gelogenen Begriffe. Ja, ja. Ministerium für Staatssicherheit war ehrlicher. Ja, das war ein Begriff, der die Sache trifft. Aber das, ich will ja auch die Provokation nochmal eingehen. Dann hatten die Amerikaner angekündigt, also haben das Mittelstreckenabkommen, also die große Leistung von Gorbatschow und Reagan, die ja eine komplette Waffengattung, nämlich die nuklearen Mittelstreckenwaffen, abgeschafft hatten, haben die Amerikaner gesagt, die Russen machen da so Tricks mit ihren Raketen. Wir kündigen das jetzt. Die Amerikaner sind ja alle fünf Minuten aus irgendeinem Abkommen ausgestiegen. Und das ist ein weiterer Punkt gewesen, dass sie dann angekündigt haben, die Einheit, die für die Pershing 2 zuständig war, das ist in Mainz, Finden und Wiesbaden, wieder mit Raketen zu bewaffnen und zwar mit Hyperschallraketen, die es noch nicht gibt, Dark Eagle, die natürlich auch Nuklearsprengköpfe dafür gedacht sind. Also das sind alles, wenn man sagt, unprovoziert. Das war alles klar, dass es von Seiten der Russen all diese Sachen rote Linien sind. Und da hat man ordentlich Tango drauf getanzt. Man hat sich nicht darum gekümmert und sagt dann hinterher, und dann ging es noch los, dass man sich fragen kann, es gibt noch weitere Aspekte, zum Beispiel, dass die Frage dieser, es sind ja ethnische Russen in diesen vier Republiken, um die es geht, oder die vier Gebiete, zwei Republiken und die Gebiete. Und das war für Putin war das so, dass er anfing, den, also das war, sage ich mal, was man im Englischen Catch-22 nennt, egal was du tust, das wird gegen dich verwendet werden können. Es gibt keine Dilemma im Griechischen. Das Dilemma war, dass entweder Putin aussieht wie ein Schwächling, wie Gorbatschow, der mit den Amerikanern immer verhandeln will, oder mit dem Westen. Und die machen mit ihm, was sie wollen, ziehen ihm einen Nasenring durch die Manege und über den Tisch. Oder aber er geht in den Konflikt und kriegt die ganzen Sanktionen und die, sozusagen die geeinte NATO gegen sich. Diese zwei Wahlen hatte er. Und das war beides mal im Sinne der amerikanischen Strategie und der britischen, die Briten dürfen wir nicht vergessen dabei, die ja darin besteht, letztlich einen Regime-Change in Russland dabei zu führen, um dann das fertigzustellen, was unter Yeltsin nicht mehr geklappt hat. Yeltsin, der Putin geholt hat, nachdem er das Land großflächig gegen die Wand gefahren hat und aus dem brennenden Wrack raus dann noch Putin eingesetzt hat. Und das sollte weitergeführt werden. Und es wird ja die ganze Zeit jetzt geredet in Thinktanks in den USA und in öffentlich. Also ich verfolge sehr viele von, sehr viele, ich verfolge einige dieser amerikanischen Außenpolitikzeitschriften. Und dann heißt es Dekolonialisierung. Das heißt die Jugoslawisierung von Russland. Man will Russland in mehrere Staaten zerschlagen, den größten Flächenstaat der Welt, und damit, so wie in Jugoslawien, das handhabbar machen und sich der Bodenschätze bemächtigen. Das ist die dahinterliegende Strategie. Und dann zu sagen, dass Putin einen unprovozierten Angriffskrieg vorhatte, nachdem wir jetzt auch noch gehört haben, dass Minsk, also eine Chimäre, eine Lügengeschichte gewesen ist, absichtlich. Auch das muss man sich überlegen, was bewirkt das denn? Was ist denn die Reaktion? Was erwartet man denn? Das ist so, können Sie nach Hause gehen und Ihrer Frau sagen, ich habe dich jetzt 17 Mal betrogen und ich fand es auch super, aber wird ja wohl keine Reaktion geben, weil abhängig bist du von mir finanziell. Also irgendwas, das ist ja, es ist auf jeden Fall nichts, auf dem man eine Wertschätzung, eine weitere Zusammenarbeit aufbauen kann. Es wird, alles wird so gehandhabt, Annalena Baerbock, die sagt, kann man mit Putin verhandeln? Nein, kann man nicht, es sei denn, er ändert sich um 360 Grad, was, ja genau, sozusagen etwas aussagt. Ich habe vor kurzem ein Video geteilt von der Krähe, die so, sozusagen dieses Kinderspiel, wo man so Becher ineinander stapelt und die macht das und hat gesagt, vielleicht sollten wir die als Außenministerin nehmen, weil diese Krähe ist intelligent. Das ist also der Effekt, was man, aber neben dieser Dummheit, die da drin ist, ist das Schlimmste eigentlich, dass sie sagt, keine Diplomatie. Eine Außenministerin, die kundtut, dass sie nicht auf Diplomatie setzen wird, sondern das Ganze, die regeln will, militärisch, ist die Vorstellung, dass Russland die Atommacht mit den meisten Atomsprengköpfen etwas mehr als die Amerikaner, angeblich, also das wird ungefähr ein paar sein, 7000, ja, ich weiß nicht, wie viele davon einsatzklar sind, aber die sind ungefähr gleich, die wird sich doch nicht in die Knie zwingen lassen. Was ist denn das für eine Vorstellung, dass eine Atommacht dann was bitte klein beigibt? Ja, ist das, ich erinnere immer an diese, die israelische Vorstellung ist, wenn wir untergehen, wird der Rest der Welt nuklear mit verbrennen. Das ist die Samson-Strategie der Israelis, wird relativ wenig darüber geredet, benannt nach Samson, der den Tempel, die Säulen auseinander drückte und alle in den Tod riss, sich selber auch. Also das ist so, da sind überall diese Untergangsszenarien und in welche Richtung soll das gehen? Das sind alles keine Optionen, die offen sind. Also das ist der Anfang davon gewesen und man muss sich klar sein darüber, dass es so war, ich kann sagen, wie beim Ersten Weltkrieg, zumindestens auf westlicher Seite gab es niemand, der diesen Krieg verhindern wollte. Die Möglichkeiten, den Krieg zu verhindern, lagen auf dem Tisch. Brzezinski hat das sogar gesagt, dann Mörsheimer und Kissinger. Der Vorschlag ist ganz einfach, die Ukraine muss militärisch neutral sein, es dürfen keine fremden Truppen dort stationiert werden. Also die regionale Autonomie, Minsk 1, 2, dieser Gruppen, dass sie sich selber regieren können, dass die russische Sprache wieder erlaubt ist, müssen durchgesetzt werden. Und das Land muss sowohl mit den Russen als auch mit der EU zu einem Handelspartner werden, was für sie ein Riesenvorteil wäre, sondern Brückenfunktionen zu übernehmen. Und damit hätte man diesen ganzen Konflikt vom Tisch gehabt. Man hätte die Ukraine als Pufferstaat, also russisches Sicherheitsklassier und gleichzeitig eine Einbindung in die EU, ohne dass es Realmitglied wird und keine militärische Einbindung. Wer hätte denn was dagegen? Man wollte das nicht. Also ich glaube, die Menschen wollen zuallererst in Frieden leben. Die Menschen immer. Und die Frage ist ja nicht, welche Fahne lebt über mir, sondern kann ich in Frieden leben? Zuallererst. Aber du hattest jetzt gerade schon mit dem Schweinsgalopp diese ganze Geschichte quasi skizziert und viele von den Zuschauern werden sich jetzt natürlich fragen, Moment, Stopp. Wie war denn das mit dieser Provokation, wo viele, viele, viele Bomben geworfen wurden? Ich möchte deswegen da nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen zunächst, um die abzuholen, die nicht so tief in der Materie stehen. Also, es gab die Sezession der Krim. Eine Sezession ist ganz was anderes wie eine Annexion. Kannst du mal ganz kurz den Unterschied beschreiben? Naja, wollen die Leute weg oder werden sie rangeholt? Die Frage, ich weiß nicht, ich glaube, du bist ja Ossi, oder? Ich bin Walsachse. Ich stamme allerdings aus Baden-Württemberg. Okay, dann ist ja genau der Punkt, wie ist das denn mit der deutschen Wiedervereinigung gewesen? Was war das denn? Also, das heißt, eigentlich sollten die Deutschen ein großes Verständnis dafür haben, dass auf der Krim, und ich glaube, das ist unstrittig, irgendwas um die 90 Prozent oder darüber der Bewohner zu Russland gehören wollten. Es gab ja Abstimmungen vorher auf der Krim. Direkt nach 1989 gab es zwei Abstimmungen. Einmal, dass die Krim eine eigenständige sozialistische Sowjetrepublik sein wollte. Und dann an der zweiten, wo sie bei der Ukraine eingemeindet wurde, wo auch das akzeptiert wurde. Aber das war klar aus vielerlei Gründen. Es geht ja auch nicht wirklich darum, wo die Leute hinwollen. Es geht um Sevastopol, es geht um den Hafen, es geht um die geostrategische Bedeutung. Und da war das Interesse von westlicher Seite sozusagen, ich sag mal, Russland zu kastrieren. Also, Sevastopol weg. Und auch, das ist ja der Übergang über Istanbul, Goldenes Horn, die Dardanellen ins Mittelmeer. Also sozusagen der Zugang zum Meer über das Schwarze Meer und dann in Bosporus ins Mittelmeer. Malefiz, da wird ein Steinchen hingestellt und dann ist für die Russen Schluss. Und das war eben, in Russland war es ja der, für Russland war es der letzte Hafen, war Tattoos, also Syrien. Wir haben Ladakhia, also den Flughafen noch und das sozusagen ist eine Basis, wo die Russen mit Marine und mit Luftwaffe vertreten sind. Und wenn man diese beiden Steine malefizartig belegt hätte, das war die Planung, dann wäre Schluss mit der geostrategischen Bedeutung von Russland. Und das ist auch klar, dass die das nicht gefallen lassen werden. Aber unabhängig jetzt von den russischen Interessen, es gab ja diese Volksabstimmung oder diese Unabhängigkeit. Es gab ja richtige Abstimmungen und diese Abstimmungen waren ganz klar, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung wollte zu Russland gehören. Genau. Und das wiederum, das entspricht dem Völkerrecht. Das nennt man Sezession. Das heißt, die Leute wollten selber quasi sich unabhängig erklären gegenüber der Ukraine und haben dann in dem zweiten Schritt quasi den Anschluss nach Russland gesucht. Das entspricht dem Völkerrecht. Und was ist jetzt genau der Unterschied für unsere Zuschauer zu einer Annexion? Naja, dass gegen den Willen der Bevölkerung ein Staat sagt, sozusagen du gehörst jetzt zu mir. Gegen den Willen, gegen den Widerstand. Gegen den Widerstand, ohne irgendein formales Verfahren. Ja, also die Annexion des Saarlandes wäre, könnte man oder damals zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg. Also das heißt, die Bevölkerung in Böhmen und Nehren, wie das glaube ich hieß, oder Czeslawakei, ist nicht gefragt worden. Auch die Regierung ist nicht gefragt worden. Das haben damals die, ist jetzt lange her, ja, aber das haben die Briten entschieden und haben dann gesagt, peace in our time. Also das war zum Beispiel eine, über die Köpfe der Bevölkerung hinweg und der Regierung hinweg eine Sache. Das ist dann eine Annexion. Okay. Eine Annexion wiederum, also jedes Mal, wenn ich dieses Wort höre, weiß ich, jetzt werde ich fehlinformiert. Ja, weil es war keine Annexion. Und es gab ja auch diesen OSZE-Beobachter, der damals diese Abstimmungen beobachtet hat, ja, diesen Stadler. Ich weiß nicht, kennst du den? Nein. Der hat seinen Bericht gemacht, hat über die damaligen Abstimmungen der Unabhängigkeitserklärung auf der Krim berichtet. Und dieser Bericht sollte dann einfach in der Schublade verschwinden. Dann hat er seine eigene Pressekonferenz einberufen, ja, und hat seine Daten und seinen Bericht vorgetragen. So nach dem Motto, das war schlicht und ergreifend völkerrecht, das war eine Unabhängigkeitserklärung. Das Einzige, was die Russen gemacht haben, die ja dort legitim vor Ort stationiert auch waren, durch Silvestopol, da gab es ja hundertjährige Mietverträge und so ein Zeug, dass die schlicht und ergreifenden Panzer vor die ukrainischen Kasernen gestellt haben, dass die nicht ausrücken konnten, weil die sollten die Abstimmung ja verhindern. Ich möchte auch noch was anfügen, was ich erst durch ein Interview mit Jacques Beaux erfahren habe, dass nämlich direkt nach 89, das haben wir hier gar nicht mitgekriegt, also 95 war es, glaube ich, haben die ukrainischen Streitkräfte mit Gewalt diese Bestrebungen auf der Krim durchgesetzt und wollten den damaligen Gouverneur vergiften, beziehungsweise andere Leute inhaftieren. Da ist also von Seiten des ukrainischen Staates Gewalt ausgeübt worden, weil die Lokalregierungen nicht so agiert haben, wie sie es sich vorgestellt haben. Also die Sache ist, es ist relativ einfach. Das heißt, dort leben, ich empfehle immer, dort leben russische Bevölkerung, also russischsprachige Bevölkerung, die sich als Russen selber definieren. Diese ganze Ukraine ist ja sozusagen erst mal angewachsen in der Sowjetunion. Also seit Lenin gab es mehrere Stufen, wo die vergrößert wurde. Das kennt man, glaube ich, mittlerweile. Khrushchev, der das dann... Das war aber dann mehr oder weniger eine Sowjetprovinz, die neu zugeordnet wurde. Wenn Sie sagen, Baden-Württemberg haben wir ein bisschen größer gemacht und Hessen ein bisschen kleiner, dann wäre das lokal von Bedeutung, aber nicht für die geostrategische Bedeutung. Ob jetzt Rammstein hessisch ist oder baden-württembergisch, macht für die NATO keinen Unterschied. Und für die Amerikaner auch nicht. Ja, auch für die NATO, ja. Und dass man sich klar ist an der Stelle, es gab mehrmals, gab es bereits einen Konflikt und der ist auch von ukrainischer Seite mit Gewalt gehandhabt worden. Das kennt man hier nur nicht. Und wenn man danach sucht, hat man große Probleme dazu, Berichterstattung zu finden. Das ist dann zum Beispiel, gab es einen sehr interessanten Artikel dazu auf Strategic Culture, die aber gar nicht mehr zugreifbar sind von uns. Das ist eine von den Webseiten, die so, wenn man sich nicht mit dem Internet gut auskennt und die Einstellung ändern kann, nicht mehr draufkommt. Ich gehe da immer drauf, indem ich über sozusagen so tue, als wenn ich aus Asien komme. Also das ist eine sehr, sehr gute, sehr interessante Webseite. Da ist ein Artikel dazu. Ich kann vielleicht in die Beschreibung von diesem, weil das wirklich wichtig ist. Das ist uns gar nicht klar, dass es das gab. Auch die beiden Abstimmungen sollte man sich auch angucken, die es da gegeben hat. Abgesehen davon, ich war auch schon mal auf der Krim, weswegen ich ja nicht mehr in die Ukraine einreisen darf. Acht Jahre Gefängnis stehen da drauf, wenn man die Krim besucht hat, nicht über die Ukraine einreisen, sondern ich bin geflogen. Das war mir gar nicht bekannt. Das wird also mit acht Jahren Gefängnis geahndet. Ich habe mal mit jemand bei einer Veranstaltung vom Auswärtigen Amt und der hatte dann großes Verständnis für diese Regelung der Ukraine, dass sie das nicht zulassen. Sie hat gesagt, Journalisten, ich darf nicht einreisen, das finden Sie gut. Also das war sogar vor allen Konflikten. Aber gut, das ist etwas, was man wissen sollte. Und dann ist das eben auch ganz klar. Wir haben denn den Maidan, das ist eine amerikanisch finanzierte. 5 Milliarden hat die Frau Newland, die ja durch alle amerikanischen Regierungen durch sozusagen sich um diese Sache gekümmert hat. Also das ist egal, wer da eine Regierung ist, die Frau ist immer da. Das ist eine von den grauen Eminenzen. Verheiratet mit Robert Kagan, der genauso eine graue Eminenz ist, der also vom Project for a New American Century bis jetzt durchgehend für die Kriegsplanung der Amerikaner die intellektuelle Vorlage liefert. Ach, die Kriegsplanung, das war jetzt ein Stichwort. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Ich habe in meinen Räumen eine Liste, die Kriegsliste von Kla.TV. Kennst du die? Ich glaube ja. Das sind sozusagen die B52 oben und dann die ganze... Genau. Also vielleicht blenden wir euch das auch noch ein, hier unten in der Videobeschreibung, die Kriegsliste. Da wurden zum Beispiel, ich glaube, über die letzten 200 oder noch mehr Jahre die Kriege quasi auf einer Zeitachse aufgelistet, die die USA geführt haben, die Deutschland geführt hat, die Russland geführt hat, die China geführt hat und die der Iran geführt hat. Und ja, die Amerikaner, also die USA, haben ja fast permanent und zwar immer auf fremdem Territorium und immer ohne selber angegriffen worden zu sein, Krieg geführt. Ich glaube sogar permanent. Ich meine, die Zahl ist, dass es kein Jahr gab, in dem sie nicht in einen Krieg verwickelt waren. Also durchschnittlich immer zwei Kriege parallel. Also jetzt nicht 1776, da noch nicht. Es gab eine berühmte Rede von dem Monsters to Destroy, wie hieß der, der war Vizepräsident. Das war zur gleichen Zeit, also das ist eine sehr, sehr interessante Rede. Zum gleichen Zeit fangen die USA an, imperial zu agieren, indem sie auch eine Doktrin erlassen, in der sie sagen, Südamerika ist unser Einflussgebiet. Und wenn ihr jemand aus Europa nach Südamerika kommt, gibt es ab sofort auch die Ohren militärisch. Und in der gleichen Zeit, zwei Jahre vorher sind es, glaube ich, ist der Vizepräsident, ich komme jetzt nicht auf den Namen, mit A ist es was, der sagt Monsters to Destroy und sagt, Amerika ist der Hort der Freiheit. Wir halten uns raus aus diesem blutgetränkten Spiel des Kontinents Europa. Wir sind die Ausrufer der Freiheit und auch die Verteidiger der Freiheit. Aber wir werden nicht in andere Länder ziehen, um Monster zu töten, um Ungeheuer zu töten. Und sagt, also gibt eine, wie soll ich das sagen, eine Nicht-Interventionspolitik und sagt, wir stehen für die Freiheit, aber nicht, indem wir sie irgendwo anders versuchen durchzusetzen. Wenige später kommt dann diese andere Doktrin, die sagt, Amerika ist unseres und dann geht es auch gleich los. Aber das ist, da sieht man eben, dass die, das ist sozusagen der Übergang von Amerika, das ja einfach erst mal ein Kolonialstaat war. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ich habe zum Beispiel, ich werde jetzt den nächsten Vortrag machen über Vietnam. Was wenige Leute wünschen, ist, dass Ho Chi Minh die Amerikaner bewundert hat, weil sie eben genau aus dem Grund, er wollte unbedingt ihr Freund sein, weil die Amerikaner waren sein großes Vorbild, weil sie haben sich gelöst aus der Umklammerung der Kolonialmacht England und sind eine Macht geworden. Dasselbe wollte er auch für Vietnam und hat gesagt, die verstehen bestimmt, was ich will. Die verstehen, warum wir, die Nittamesen, nach der furchtbaren Kolonialzeit unter den Franzosen ein unabhängiges Land sein wollen. Diese Betonung der Unabhängigkeit haben ja die Amerikaner drauf und er hat vollkommen missverstanden, worum es ging, nämlich um letztlich dann geostrategische Erwägungen. Also der eigene Hegemon dann zu werden, also selber die Weltführung, die... Die wollten nicht, die wollten keine Welt anführen, die wollten nur nicht unter, war nicht der Plan, sondern Vietnam sollte sich selber regieren können. Na, na, ich meine die Amerikaner. Die Amerikaner. Ho Chi Minh hat dann ja sogar nach dem, als es nach dem Zweiten Weltkrieg, als er erst geteilt wurde und der Süden wurde, wurde bei Großbritannien zugeschlagen, der Norden China, Chiang Kai-shek und dann kamen aber letztlich die Franzosen wieder zurück. Und dann hat er sogar angeboten und hat gesagt, ich akzeptiere das, wir werden Teil des französischen Imperiums bleiben, wenn wir uns selber regieren dürfen im Inneren. Und auch das haben ihm die Franzosen abgeschlagen. Also das war sein Angebot, das er wollte keinen, der hat nie Pläne gehabt, in den Krieg zu gehen. Das war eine furchtbare Situation. Aber das meine ich nur, daran sieht man die USA und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist das ja, da rattert ja das Taxameter nur so durch. Also wie man, und das wie richtig gesagt, es ist immer auswärts. Ja. Warum ich die Kriegsliste überhaupt anführe, ist, weil ja in der breiten Bevölkerung die USA immer noch so dargestellt wird, als wäre sie der Hüter der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens und so weiter. So, aber die Zahlen sprechen ja eine ganz andere Sprache. So war zum Beispiel Deutschland und auch China und auch Russland sehr selten, noch nicht mal ein kleiner Bruchteil davon, in Kriege verwickelt. China nun, wann denn überhaupt? Das war Vietnam 78 und dann könnte man vielleicht noch Korea-Krieg mit dazu zählen und das war es dann aber auch. Ja. Und Iran gar nicht. Die allerfriedlichsten, das wollte ich gerade sagen, das sind die Iraner. Ich glaube, die haben auch ein oder zwei Konflikte da auf dieser Liste, aber das sind eigentlich die friedlichsten überhaupt. Und jetzt eben die Darstellung. Wen haben die denn angegriffen? Ich sage nicht angegriffen, Krieg geführt. Das kann auch ein Verteidigungskrieg sein. Der Krieg mit dem Irak ist ja nun, das war der Plan von Reagan, der hatte, Saddam Hussein wurde ermuntert, in den Krieg mit Iran einzutreten und dann hat man beide Seiten unterstützt. Das ist eine Strategie gewesen, um möglichst viele Tote auf beiden Seiten zu haben. Und da haben sogar die Israelis mitgeholfen, weil das auch in ihrem Sinn war, dass dort möglichst viele, da ist ja eine ganze Generation junger Männer im Iran bei draufgegangen. Und das war, also die haben den Krieg nicht angefangen. Iran hat auch diesen Krieg nicht angefangen. Also Iran hat, soweit ich weiß, gar keinen Krieg angefangen. Richtig. Ich wollte eigentlich nur rein zahlenmäßig das mal darstellen und wollte quasi den Hinweis geben, so nach dem Motto, was uns als Bild dargestellt wird und was tatsächlich gezählbar auch stattgefunden hat, das ist genau das Gegenteil. Also Iran ist mit das friedlichste Land auf der Welt, China mit Sicherheit auch, auch Russland ist verhältnismäßig friedlich und die werden jetzt sanktioniert, die werden jetzt bedroht mit Vorrücken der NATO, mit den Atomwaffen und so weiter, während die anderen, die sogenannten Hüter der Freiheit, ständig Krieg führen. Und das ist ein Widerspruch und wie gesagt, ich höre jetzt auch auf mit dieser komischen Kriegsliste, weil dahinter stecken ja auch Pläne. Aber nochmal ganz kurz zurück, die Krim hatten wir und die Krim war sozusagen ein Vorbild auch für diese selbsternannten Volksrepubliken eben auch selber diesen Weg zu beschreiten, sich unabhängig zu erklären. Kann man so sehen, ja. Ja, und die wurden dann seit 2014 von der Ukraine isoliert, es gab keine Energieversorgung mehr, es gab keine Renten mehr, es wurden Bomben geworfen, viele, viele Jahre lang. Hat hier keinen interessiert. Hat keinen interessiert. Es ist aber trotzdem geschehen, weil das ist die Vorgeschichte, ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, wenn jetzt Russland, kurz bevor die Truppen da rein sind, Sonderoperation, Krieg, wie auch immer, das möge jetzt jeder... Gehen wir da vielleicht nochmal drauf ein. Also das eine ist, ich glaube, ich bin ähnlich wie Daniele Ganser der Ansicht, es ist eindeutig ein Angriffskrieg und das ist nicht, das ist illegal, ja. Es ist aber, hat eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte gilt es zu beachten. Das ist ganz klar, also wir haben zum Teil darüber geredet, es ist eben nochmal, meine Behauptung dazu ist, dass von Seiten des Westens nichts unternommen wurde, um diesen Krieg zu verhindern. Im Gegenteil. Ja, und jetzt sind wir bei Minsk. Also Minsk, also Minsk ist eine, wie wir ja mittlerweile wissen, also Poroschenko hat es gesagt, Angela Merkel hat es gesagt, das überlege man sich mal, ja. Das heißt, für die Russen ist es, ich habe am Ende meine, ist es der Beweis der Täuschung, der Verlogenheit des Westens. Ich habe am Ende meiner Dokumentation, Täuschung, die Methode Reagan, habe ich gesagt, dass diese ganzen Sachen jetzt bekannt sind, auch in Russland. Und was erwartet man, was für Effekte das hat? Also das heißt, Putin nennt uns jetzt mittlerweile, also den Westen, das Imperium der Lüge. Und so richtig widersprechen würde ich da nicht, ja. Weil das ist auch diese, ich sage das immer, die, es ist ja ganz klar, dass Gorbatschow, der mit ausgestreckter Hand kam und wirklich die Macht war, die den Frieden dort ermöglicht hat, der, was man auch immer sehen muss, mit Reagan auf jemanden traf, der auch die Nuklearwaffen abschaffen wollte. Das ist eine Besonderheit von Reagan. Also ich habe ja die Doku darüber gemacht, das war nicht nett, was sie da gemacht haben, das war alles Geheimdienste. Aber Reagan selber wollte die Nuklearwaffen loswerden. Und da waren die beiden sich, und die haben es ja auch, wie gesagt, Mittelstreckenraketen. Es ging rapide voran auf diesem Sektor. Also das ist etwas, was eine große Möglichkeit war, die wir dann versiebt haben. Und das Minsk ist, wenn man mit jemandem verhandelt und wenn man dann gesagt bekommt, der Westen wird sich keinen Zentimeter Richtung Osten ausweiten. Es ging nicht um die Mitgliedschaft in der NATO, weil das Thema gar nicht auf der Tagesordnung stand. Das Thema war nicht, das war überhaupt noch nicht in den Gedankengängen vorhanden. Ich erinnere auch daran, dass noch im Sommer 89 viele Leute der Meinung waren, die DDR würde ewig bestehen. Also die Entwicklung, die es gab, konnte man schwer vorhersehen. Und das ist immer im Nachhinein, ist man schlauer. Aber damals ist eindeutig, das kann man nachlesen, es gibt eine What Gorbatschow Hört und What Yeltsin Hört. Was Gorbatschow Hört und was Yeltsin Hört auf dem National Security Archive, das von der Universität, George Washington University, kann man das alles nachlesen. Die haben das alles aufgelistet. Es ist eindeutig, dass versprochen wurde, das wird sich nicht erweitern, weil der Punkt war damals die Wiedervereinigung Deutschlands. Gorbatschow hat früh signalisiert, dass er bereit ist, aber Deutschland muss neutral werden. Die gleiche Lösung, die ich jetzt für die Ukraine skizziert hatte. Und dann hat er sich breitschlagen lassen, zu akzeptieren, dass Deutschland in der NATO bleibt, die Basen aber nur im westlichen Sektor bleiben. Das wird nicht auf die DDR ausgedehnt und kein Zentimeter nach Osten. Das ist das, was er gehört hat. Und aus einer Position der Schwäche hat er das akzeptiert und hat sich darauf verlassen, dass das gesprochene Wort gilt, was in der Diplomatie üblich ist. Ich habe mehrmals bereits gesagt, die Situation 1962 in Kuba, wo die Welt vor dem Dritten Weltkrieg stand, wo Robert Kennedy, der Bruder des Präsidenten, verhandelte mit Kussstoff und dann es überging in direkte Verhandlungen. Es ist alles mündlich gewesen. Da gibt es nur eine Seite, die hinterher zusammengeschrieben wurde. Alle Abmachungen sind mündlich gewesen. Und wenn man dann sagt, ja, aber das hat man nicht schriftlich niedergelegt, der Gorbatschow. Das ist so Versicherungsvertreter. Ja gut, aber in sanzösischen Archiven ist es doch längst jetzt auch festgehalten, dass es tatsächlich so war. Der Westen hat zugesagt, kein Zentimeter nach Osten. Das ist zweifellos. Er hat es von allen gehört. Er hat es von Genscher gehört. Er hat es von Baker gehört. Es gibt diese Liste, von wem er das alles gehört hat. Und er muss dann, wenn man heute sagt, ja, aber das ist der Westen, der erzählt, seine Großmutter ist nicht sicher, verkauft zu werden. Also jetzt sind wir sozusagen wieder bei Minsk. So nach dem Motto, der Westen hält sich nicht an Abmachungen. Jetzt kann man sagen, der Bereich der Politik ist das, was man durchsetzen kann. Und das war eben, das ist ja, ich erinnere auch noch mal, George F. Cannon, also der Architekt der amerikanischen Politik. Der war ja in der Botschaft in Moskau unter Stalin, also Ende des Zweiten Weltkriegs und entwickelt da seine Eindämmungsstrategie und sagt, wie man die Sowjetunion eindämmen kann. Und dieser Mann, der diese Strategien verorfen hat, schreibt 1997, alle diese Leute sind glücklich, dass wir den Kalten Krieg ohne nuklearen Holocaust überlebt haben. Also die sind anders drauf. Auch dieser George F. Cannon sagt und sagt, das ist der größte Fehler, den wir hier begehen mit diesen NATO-Osterweiterungen. Das ist, wir versuchen die Russland zu demütigen in einer Zeit, wo es sozusagen Schwäche hat, ohne Not, ohne dass wir es müssen. Und es wird fatale Folgen haben. Also der Mann, der das entwickelt hat, der warnt selber. Und da gibt es eine ganze Reihe von diesen, eben Jack Matlock. Deswegen sage ich, dieser Botschafter, wenn man das heute liest, der hat viel geschrieben, kenntnisreich über die Ukraine. Und das ist, da denkt man sozusagen, sie denken dann, heute wird man sagen, Putin-Propaganda, Putin-Troll oder sowas. Ja, okay. Aber du hast gerade dieses ominöse Wort wir benutzt. Wir. Wir versuchen, Russland einzudämmen und so weiter. Pipapo. Wen meinst du mit wir? Das ist eine wirklich gute Frage, weil ich behaupte mittlerweile, dass wir übersehen, dass dort ein Wir, Ich bin quasi auf diese Figur, diese rhetorische Figur jetzt selber reingefallen. Wir haben, wir, die Deutschen, damit meine ich jetzt wir, haben vollkommen andere Interessen als die USA. Und wir haben auch andere Interessen als Großbritannien. Wir haben wahrscheinlich eher ähnliche Interessen mit Frankreich. Aber das ist die große Lüge, die jetzt vom freien Westen und so tut. Wir sind im Moment, sind wir die Vasallen, die für die Amerikaner, der Amerikaner ist es gelungen, uns in eine Situation zu bringen, dass Deutschland in, wenn ich jetzt rede davon, auch da wieder, wir haben ja nicht alle die gleichen Interessen, die wir Deutsche sind, aber gehen wir mal aus. Es gibt sowas wie ein nationales Interesse, nämlich, dass es dem Land irgendwie gut geht. Wir sind ja gerade dabei, uns in den linken Fuß zu schießen, in den rechten Fuß und auch jetzt mittlerweile in den Bauch. Und dann haben wir die Pistole auch noch in den Kopf angelegt und sagen, wenn du mich weiter angreifst, ermorde ich mich aber. Das ist die absurde Situation. Wir als Deutsche haben nicht das gleiche Interesse wie die Amerikaner, für die ein Krieg auf dem Kontinent keine schlechte Sache ist, weil ihre Strategie ist ja, Russland zu schwächen, möglichst Russland Regime-Change, wie ich sagte, wir nennen das Dekolonialisierung, aufteilen, um sich dann China widmen zu können. Okay, auf China kommen wir dann gleich noch. Bleiben wir erstmal bei dem Wir, wir die Deutschen. Wir, die Deutschen, haben andere Interessen. Kann man sehr schön nachlesen bei Donani in seinem Buch. Jetzt auch Oskar Lafontaine. Und ich möchte darauf verweisen, Oskar Lafontaine hat sogar den Titel, ich glaube, ein bisschen abgeschrieben bei Stefan Baron. Das ist Ami Go Home. Das ist eines der Bücher, das ich unbedingt empfehle zu lesen. Stefan Baron war Konzernsprecher der Deutschen Bank. Und er war Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Und er hat Verhandelsblatt und Spiegel geschrieben. Er ist also unverdächtig, aus dem Ken Jebsen-Universum zu entstammen. Ja, ich habe ihn mal versucht zu interviewen, das macht er nicht. Aber das Buch ist hervorragend, weil er ist ein Spezialist für China. Also er hat das eines der besten Bücher, Die Chinesen heißt das. Das hat, glaube ich, 70.000 verkaufte Exemplare, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von allen hoch gelobt. Sigmar Gabriel, eine hymnische Rezension. Heinrich von Pira, eine super Rezension. Wenn man das liest, also sozusagen kenntnisreich, wer über China was erfahren will, muss dieses Buch lesen. Und dann schreibt er, als logische Konsequenz aus dieser Analyse von Chinas Aufstieg und wie das aussieht und wie das Ganze beschaffen ist, sagt er, wir müssen uns als Eurasier, wir müssen anders umgehen mit den Russen und mit den Chinesen und auch logischerweise dann mit den Amerikanern. Und zwar uns erkennen, quasi im bismarckischen Sinn, dass wir eine Verständigungspolitik führen müssen. Bismarck hatte ja im Unterschied, später kommt Wilhelm II. und der macht Expansion. Und Bismarck sagt so, wir haben kein Interesse an irgendwas. Es reicht uns jetzt mit Elsass-Lothring, was die Franzosen im Übel genommen haben, jetzt Ball flach halten. Und wir nutzen die, sozusagen unsere Politik, um einen Ausgleich zwischen den Mächten, dass wir uns da nicht verfeinden. Das war Bismarck, danach kommt was anderes. Das wäre in etwa die Situation, das wären jetzt deutsche Interessen. Heute habe ich gerade auf dem Weg hierher, habe ich gehört, BASF entlässt mehrere tausend Mitarbeiter. Und BASF, das wird für Mannheim-Ludwigshafen, wird das eine böse Sache. BASF selber ist ein Konzern, die können ja sogar in die USA gehen, wo jetzt gelockt wird. Also das heißt, wir gucken sehr hinzu. Das ist der Vorwurf. Ja, und dann tun wir noch unsere Verbrenner verbieten und so weiter. Ja, aber wir machen das. Wir machen das. Also das heißt, unsere Regierung macht das. Und lässt sich dazu noch Nord Stream 2, die Pipeline sprengen und guckt angestrengt immer weg in eine andere Richtung, um zu sagen, vielleicht war es doch Putin. Okay. Wir hast du gerade eingeschränkt in unsere Regierung. Und da wollte ich ja eigentlich hin. Unsere Regierung und die Interessen der Deutschen, also ich sage jetzt mal der Allgemeinheit, das ist doch diametral. Wer ist jetzt wir? Ja, also wenn wir die Deutschen sind und das die Regierung ist, inwieweit vertreten die unsere Interessen? Nein, tun sie nicht. Das ist eine der interessantesten. Ich habe ja zum Beispiel einige Freunde, ich entstamme ja eher dem linken Lager, also eigentlich dem, wie soll ich das sagen, öko-liberalen, sage ich mal. Das ist so meine Provenienz. Also aber auf der linken Seite. Und da gibt es jetzt immer Leute, die marxistisch argumentieren und sage ich, guck mal wieder, was jetzt gerade läuft. Das ist nicht das Interesse, die deutsche Regierung vertritt nicht die Interessen der deutschen Industrie. Die vertreten die Interesse des amerikanischen Imperiums. Wie ist das denn zu erklären? Das ist im marxistischen Rahmen schwer nachvollziehbar, was da passiert. Und das ist aber so. Und unsere Medien sind davon nochmal, die ja eigentlich die Aufgabe haben, kritisch zu beäugen, was die Politik macht und auch zu sagen, warum die Politik es macht. Die Politik kann nicht immer darüber reden, warum sie es tun. Das ist Teil der Politik, dass man dort diplomatisch agiert und nicht immer die komplette Wahrheit sagt. Aber die Journalisten sollten sagen, ja, der traut sich nicht zu sagen, dass, ja, also heute dann Nord Stream Zeit. Also gehörst du sozusagen auch diesen ganz gefährlichen, dieser Minderheit an, die zwar ein Herz auf der linken Seite haben, aber auch nationale Interessen erkennen. Ja, weil ich habe ja vor kurzem mich beschäftigt mit dem Jürgen Elsässer, den wir dann auch bald im Interview haben werden. Und der sagt, okay, die in der Krise müssen alle zusammenhalten. Und da geht es nicht mehr um rechts und links, weil es gibt auch noch nationale Interessen, ja, die auch die Wähler und die Bürger im Prinzip schützen können. Ich würde da noch, kann man eine Gruppe höher einsteigen und sagen, Willy Brandt hat gesagt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und das, dass der Frieden ein gemeinsames Interesse ist, das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, das gehört auch zur parlamentarischen Demokratie oder überhaupt zur Demokratie, dass man dann bereit ist, Koalitionen einzugehen. Das ist kein Thema, was auf den leichten Schultern, das ist existenziell im Wortsinn, ja. Stimmt. Und an dieser Stelle finde ich es gut, also das heißt, das ist auch politisch, dass man sagt, man muss eigentlich alle Kräfte zusammenholen. Und an dieser Frage, die uns alle existenziell betrifft, fange ich nicht an, ich sehe das sowieso nicht mehr ein, muss ich sagen, ja. Das heißt, du darfst mit dem nicht unterhalb zwei Meter Abstand gesehen werden. Also Journalist, um das mal ganz klar zu sagen, muss mit allen reden. Das ist meine Aufgabe, meine Berufsbezeichnung. Ich habe nicht zu selektieren, mit dem rede ich nicht, sondern ich habe immer das sozusagen wiederzugeben, was ich dort höre. Und ich habe das in einer einigermaßen gesitteten Art und Weise zu tun. Und das kann man so sagen, wenn ich ein Interview mit jemandem mache, muss der sich hinterher, wenn das gesendet wird oder wenn es gedruckt wird, noch wiedererkennen. Und ich sollte ihm, wenn ich ein guter Journalist bin, drei Fragen stellen, die er auf keinen Fall hören wollte. Wenn ich das mache, diese beiden Sachen zusammen, dann habe ich den Job erledigt, den ich will und den ich erledigen soll. Noch dazu, dass ich als Journalist erklären muss, wenn ich kapiert habe, was da läuft, dass ich eine Option anbiete für den Zuhörer, Zuschauer, was die Motive sind. Warum die Person, die jetzt nicht die Wahrheit sagt und nicht ihre Interessen offeriert, warum sie das nicht tut, was dahinter steht. Wir müssen die Ausplauderer sein. Ja, ja, ja. Aber wir waren ja schon bei der Dame, die sich ganz plötzlich um 360 Grad drehen kann. Ja, so. Die müsste doch auch mit jedem reden. Die ist die Außenministerin. Die müsste mit jedem reden. Ja, und ich erwarte einfach im Sinne einer möglichen Verhinderung schlimmen, schlimmen, schlimmen Übels, ja, dass man zumindest miteinander redet. Ja, und wenn sie das ausschließt, ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Inzwischen wird ja nicht geredet, sondern es werden ja Waffen geliefert. Ich will noch mal darauf eingehen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Das ist das, was man Realpolitik nennt. Also das heißt, ich bin ein, also das ist dasselbe. Kissinger zum Beispiel wird ja oft extrem kritisiert, auch als Verbrecher bezeichnet und so weiter. Da ist auch durchaus was dran. Nur ist Kissinger jemand, mit dem immer Verhandlungen möglich waren. Also das heißt, das finde ich das Entscheidende. Es gibt ein Zitat von Bertolt Brecht, der gesagt hat, der Erste, der darauf kam, dass man aus einem kriegsgefangenen Sklaven etwas anderes herausholen kann als Gedärm, war ein Kaufmann. Also das heißt, was da drin ist, dass man versucht zu gucken, wo die Interessen liegen und dazu gehört in der Realpolitik oft Machtpolitik auch. Aber das ist die Aufgabe eines Außenministers, ist immer die Möglichkeit zu sehen, in der Verhandlung weiterzukommen. Ja gut, und Kissinger ist ein gutes Stichwort. Denn man kann ihn sehen, wie man will, aber er hat sich jetzt kürzlich ja auch geäußert zu der Situation in der Ukraine. Und er empfiehlt ja die Verhandlungen. Exakt. Und das ist, was wir haben, sind die Grünen, die das ganze feministische Außenpolitik oder moralische Außenpolitik, das ist ein Rezept für einen Desaster. Das ist nämlich genau das, was jetzt Baerbock macht, dass sie sagt, mit Putin kann man nicht verhandeln, erst wenn er besiegt ist und weg ist. Ich habe auch im Radio heute gehört, das muss man sich mal vorstellen, da sagte die Journalistin, ging um ein Jahr Krieg, also heute ist gerade, während wir aufzeichnen, der Jahrestag. Und dann hier ist es, erst wenn es Putin nicht mehr gibt, kann es Frieden geben. Was ist denn das für ein Satz? Also ihn nicht mehr gibt, soll man ihn jetzt abschießen oder soll er einen Herzinfarkt sterben oder soll man dafür sorgen, dass er einen Herzinfarkt kriegt? Also das ist sozusagen diese, natürlich, das ist ganz egal, mit dem ich bin, wenn ich verhandeln kann, wenn ich das, und das wird immer jetzt der Vergleich gemacht mit Hitler. Also jeder Neue, der kommt, ist der Putler, heißt das jetzt. Ja, 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 unglaublich. Was würde denn der Mainstream mit mir machen, wenn ich sagen würde, also nur mal optional, es kann erst Frieden geben, wenn es Zelensky nicht mehr gibt? Genau. Das wäre die adäquate, umgekehrte Dummheit. Ja, also das ist für einen Diplomaten, deswegen sagte ich, deswegen möchte ich die Krähe als Außenminister, weil die dümmer als das, was wir jetzt haben, geht gar nicht. Das ist ja, ich habe das auch, ich hatte als, Baerbock war ja mal im Gespräch als Kanzlerin, wenn ich daran erinnern darf, ja, das war ja, als die Grünen glaubten, aufgrund von Umfragen, dass sie die stärkste Partei werden in Deutschland, war am Horizont Baerbock als Kanzlerin und dann gab es auch gleich Umfragen dazu, dass die deutsche Wirtschaft ganz begeistert ist davon. Ja, das ist unglaublich. Unglaublich, glaube ich nicht, glaube ich, keine 20 Sekunden, aber gut, das ist dazu gekommen und dann haben wir aber genau das, dass diese Leute eine Politik vertreten, die kategorisch ist, also das heißt moralisch. Sie haben da einen auf dem moralisch hohen Ross und das ist jetzt wiederum für Politik. Politik ist, das ist nicht die, das kann man vielleicht noch als Journalist machen oder als Intellektueller ist das möglich, sozusagen die Position des 16-Jährigen einzunehmen. Aber sobald man in der Verantwortung ist, kann man das nicht mehr. Ja, und das ist der Vorwurf, der den zu machen ist. Wie ist denn das eigentlich einzuschätzen? Ich meine, dieses auswärtige Amt, das besteht ja nicht nur aus der Frau Baerbock. So, da gibt es ja auch hochrangige und erfahrene und hoffentlich auch kluge, wichtige Mitarbeiter. Brauchen die jetzt alle irgendwie eine Überdosis Herztropfen oder was ist dort los? Ja, also das ist eine Frage, die mich lange umtreibt. Also erstmal möchte ich sagen, sozusagen wir haben Harald Kujat und wir haben General Watt. Wir haben zum Beispiel Jacques Bo, also den Schweizer Geheimdienstoffizier, der für Sowjetunion Russland zuständig war, auch in der Ukraine, das sind alles. Wenn ich mir das anhöre, was diese Leute sagen, dann ist da die Vernunft am Werk. Also das heißt, Kujat, aber die kommen ja auch nur noch in Ostpreußische Allgemeine und in der Emma vor. Also das heißt, die sind schon am Rand des Spektrums, was noch Mainstream genannt werden kann. Die Emma war aber auch mal sowas, böse, 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 vom Rande, was man nicht so ganz als ernstzunehmenden Journalismus bezeichnen konnte. Aber die, ich stehe kurz davor, Alice Schwarze einen Blumenstrauß zu schicken, weil ich das genial finde, was sie da gemacht hat. Im ganzen Moment geben wir es morgen wieder. Also hätte ich nie gedacht, dass ich das sage, aber das ist wirklich, also sozusagen entschuldigt auch ganz viel anderes, was mir nicht gefallen hat. Also das ist, aber auch jetzt nochmal, wir haben ja die Leute, die Militärs, die einfach rational, strategisch denken. Die kommen jetzt und sagen, wo ist denn das Ende? Wo, respike finem ist das im Lateinischen, bedenke das Ende. Also das heißt, wie kommen wir denn raus? Und das sind gute Fragen für ein Militär. Was ist das Ziel? Was soll ich erreichen? Ja, und wie kommen wir raus? Und dass sie das jetzt nennen, sie nennen diese, es gibt eine Reihe von, ich glaube Millie war es sogar, auf jeden Fall aus den Seiten der etwas kritischeren, also das heißt von der Marines, Scott Ritter oder McDouglas. Ja, diese Leute haben das die Blutmühle genannt. Das heißt, sie vergleichen die Situation in der Ukraine mittlerweile mit Verdun. Also das heißt, weil es ja Grabenkämpfe sind, festgelegt, also sozusagen es sind tatsächlich mit stationären Linien sind das Kämpfe und sagen sozusagen, was soll das? Wohin soll das führen? Das kommt jetzt aus dem Militär. Das Militär sagt, nee, sozusagen aus unseren Maximen nicht mehr vernünftig. Und die Medien und die Politiker agieren anders. Und das ist für mich eine der interessantesten Fragen. Warum ist das so? Und meine Antwort, die ich nach langem Nachdenken dazu gefunden habe, ist die Anbindung unserer politischen Eliten. Die sind alle gegroomed, wie man, also groomed, wie man im Englischen sagt, gekrault von westlichen Thinktanks. Von diesen, die gehen alle nach der Uni oder in der Uni, kenne ich von meiner eigenen Uni. Gibt es die Anbindung Richtung USA? Das ist, wenn die jemand glauben, da ist jemand interessant, er wird zum Young Global Leader, dann kommt da sowas Internationales mit einer angloamerikanischen Bemalung und nimmt sich dieser Leute an. Die Leute gehen ja nie, wir haben keine Verbindung mit Russland, dass also Studenten dann Richtung Russland gehen und dort ausgebildet werden. Oder noch wichtiger jetzt nach China, wo es unbedingt nötig wäre, weil das zu verstehen ist schwierig. Dafür empfehle ich Stefan Baron. Das ist wirklich schwierig. Das haben wir aber nicht. Wir haben nur, also das heißt, die Politik ist gespeist und wird auch so aufgesetzt. Und die haben alle ihre Institutionen, American Enterprise Institute sitzt in Berlin am Wannsee und German Marshall Fund hat sich mit den Rechtsradikalen 2014 getroffen. In Bad Tölz habe ich damals Fotos bekommen. Was ist das denn? Die treffen sich dann mit dem rechten Block. Da ist überall die Verbindung da, ganz intensiv. Und bei den Medien ist es auch so, da gibt es eine wunderbare Doktorarbeit zu, dass die Spitzenpositionen sind so belegt. Und man kann von unten durchaus aufsteigen bis zu einer Grenze und dann ist Schluss. Wenn man dann nicht mehr mitmacht, das ist zum Beispiel, was ich hatte, dass mein Film Dienstbereit und mein Film Täuschung, die Methode Reagan, wurde bearbeitet, mit Fehlern versehen, die aber politisch akzeptabel waren. Das heißt, sie haben Fake News eingebaut, damit der Film politisch akzeptabler ist. In deinem Film? In meinem Film, ohne mit mir zu sprechen. Das ist einfach im Nachhinein gemacht worden. Das ist der Grund, warum ich aufgehört habe dort. Ich bin ja nicht rausgeschmissen worden. Ich habe gesagt, also das war so ungefähr wie die Ehefrau, die sagt, ich lasse mich doch nicht laufen verprügeln. Also das ist gemacht worden. Und dann sieht man, wenn das in eine Kategorie geht, die dann geostrategisch relevant wird, dann ist das auch nicht anders als DDR-Fernsehen. Also das heißt, da ist der Vergleich angebracht. Und das ist unser Problem. Das heißt, wir haben von der, wenn ich jetzt Staatsrecht höre und Medienrecht an der Uni, dann wird mir gesagt, die Medien haben eine Korrektivfunktion und sie sollen den Meinungskampf befreuen und sie sollen auch den sozusagen abbilden, aber auch anheizen. Und wir haben, unabhängig zu sein, Staatsferne ist eine der starken Regeln für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Haha, Staatsferne. Gerufen in Rundfunkräte und so weiter. Immer wieder muss das so. Das funktioniert überhaupt nicht. Und dazu ist es jetzt noch so, dass es verfilzt ist in diesem Bereich mit dieser amerikanischen Sichtweise. Und deswegen haben wir eine Spatenmeinung, die in den Medien, also in der Häppchenparty... Ja gut, aber das geht ja schon aus dem Rundfunkstraatsvertrag hervor, dass es gewisse Mächte gibt, die da westlich von uns über dem großen Teich sind, die man nicht aktiv kritisieren darf. Ja, wenn wir es ernst nehmen würden. Es gibt immer die Frage, was da steht und wie man agiert. Also das heißt, man hat ja einen gewissen Spielraum und wenn man wollte, und ich behaupte auch, wir sind jetzt wahrscheinlich ungefähr eine Altersgruppe, nehme ich mal an, ja. Ich weiß ja noch, als ich anstudiert habe und dann meine ersten Gehversuche gemacht habe, war das auch im ZDF noch anders? Ja, ich weiß. Ja, das stimmt. Da gab es die Möglichkeit, da gab es einen Peter-Scholler-Tour. Das ist einfach ein Einzelkämpfer, ja, der bewunderswerte Sachen abgeliefert hat. Und das ist zugunsten einer Vereinheitlichung weggefallen. Und jetzt haben wir es so, dass die Volontäre, also das heißt, wir haben ja sozusagen eine immer weitere Spartenverengung, eine Akademisierung und Verengung. Mir geht es nicht darum, dass da möglichst viele Rechte drin sind, sondern es müssten möglichst viele Leute drin sein, die sagen, meine Aufgabe ist es nicht, für Frau Baerbock zu stimmen, sondern ihr die Fragen zu stellen, die sie nicht hören will. Und mein Adressat ist mein Publikum. Ich arbeite für die Öffentlichkeit, ich arbeite für mein Publikum. Ich erfülle meine Aufgabe nicht, wenn ich ein Schoßhund bin. Ich habe ein Wachhund zu sein, ich habe eine kapitolinische Gans zu sein. Und dann ist man eben, dann sagt man, man hilft sich dann auch untereinander, unter Kollegen, auch wenn der eine konservativ, der andere nicht. Dann gehört man zu einer Gilde und diese Gilde hat einen Ehrenkodex. Stattdessen ist das bei uns so, dass es politisch aufgeteilt ist, dass die Leute sozusagen, wenn sie seriös sind, sind sie aus dem Bereich, wie die CDU und die SPD Außenpolitik sehen oder Geostrategie. Ich sehe das ja anders. Und wie so ein Journalist zu sein hat und was die Aufgaben sind, hast du gerade wunderbar beschrieben. Schön, dass ihr hier seid. Wie gesagt, verteilen. Es kommt zu kurz. Und trotzdem, lieber Dirk, du sprudelst. Aber? Ich muss dich ein kleines bisschen einfangen. So, denn Entnazifizierung in der Ukraine. Ja. Gibt es denn auch noch Nazis, die nicht deutsch sind? Aber hallo. Wir haben im dritten Jahrtausend, habe ich das mehrfach, habe ich auch Texte, die nennen das dann sozialistischer Nationalismus. Ja, also das ist, und wenn man das liest, geht es um biologische Überlegenheit. Es geht um die Identität von, dass die Herrscher die Beherrschten vertreten. Dafür müssen die nicht abstimmen. Es geht um die überlegenen Rasse, die Ukraine darstellen, sozusagen so eine Urrasse sind und die anderen Leute auszumerzen. Ja, das steht so drin, das ist originär, das ist nicht faschistisch, das ist nationalsozialistisch. Es hat diesen biologischen Aspekt dabei. Und das sind Leute, die ja zum Beispiel gesagt haben, Selenskyj, darf man nicht vergessen, Selenskyj ist ja gewählt worden mit einem Friedensversprechen. Er hat ja gesagt, dass er den Frieden bringen wird. Und dann wurde gesagt von Leuten aus dieser Ecke, in Interviews im ukrainischen Fernsehen, wurde gesagt, naja, wenn er uns nicht passt, dann wird er auf der Hauptstraße aufgehängt. Ja gut, Friedensversprechen hin, Friedensversprechen her. Was ist das eigentlich für ein Friedensversprechen, wenn man sagt, es kann erst Frieden sein, wenn der tot ist? Das hat er nicht gesagt. Nein, aber in diesem Zusammenhang mit dieser Benutzung des Friedens. Also unglaublich. Das geht gar nicht. Ich meinte nur Selenskyj, als er gewählt wurde. Ist er gewählt worden mit dem Versprechen sich um, das war die Erwartung, abgesehen davon, dass die Ukraine ein hochkorrupter Staat ist und so weiter. Es wird Zeit, dass das Volk, egal die Ukrainer, die Deutschen oder wer auch immer, sofort eine Regierung absetzen können, wenn sie ihre Versprechen nicht anheben. Das wäre doch mal eine Volksabstimmung wert, oder? Das finde ich hoch. Ja, Volksabstimmungen wären ja ein Korrektiv. Also das heißt, zum Beispiel hat der Daniele Ganser gerade gesagt, man merkt vielleicht, ich verhalte sehr viel von ihm, hat er ja gesagt, in der Schweiz wird dann, die Politik geht jetzt, einige Teile der Politik oder auch, man kann sagen, wahrscheinlich die Mehrheit gehen in Richtung einer Aufgabe der Neutralität. Die wird als unzeitgemäß betrachtet. Und er sagt, okay, schlecht, aber wir können ja noch eine Volksabstimmung machen. Und das ist einer der wesentlichen Faktoren, dieses Korrektiv, also dass es möglich ist. Und ich erinnere auch daran, eigentlich einer der wesentlichsten Punkte ist, wenn die Möglichkeit besteht, dass dieses komische Volk, das man da regiert, auch noch widerspricht, dann bedeutet das, dass jede Diskussion, die geführt wird, hat einen hohen Wert. Eine Diskussion ist nicht ein Streit um Kaisersbad und zwei Leute, die an einem roten Tischdruck sitzen und sozusagen das versendet sich. Und hinterher ist es vollkommen egal, was wir gesagt haben. Kommt höchstens der Verfassungsschutz und interessiert sich für einen. Das kann real die Politik werden. Und damit ist mit der Möglichkeit der Volksabstimmung, ist das Niveau und der Wert einer Diskussion auf einem ganz anderen Level. Alleine aus diesem Grund, das ist nicht der einzige, aber das wäre schon ein Grund zu sagen, wir brauchen das unbedingt, weil wenn man einstehen muss, selber für die Verantwortung übernehmen muss, für seine Entscheidung, reden wir über ganz andere Sachen. Okay, der Verfassungsschutz. Wenn wir hier für Frieden sprechen und wenn wir hier den Artikel 20 nehmen, alle Macht geht vom Volk aus und zwar durch Wahlen und Abstimmung und so steht es da drin. Und die Parteien wirken an der Willensbildung mit. Ja, 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 okay, alles klar. Ja, dann sind wir doch die Verfassungsschützer, die sagen, wir wollen Volksabstimmungen. Das hast du mir jetzt geklaut. Was? Habe ich jetzt zuerst gesagt. Nee, 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 das habe ich schon mal, ich habe gesagt, das ist, ich habe eine gute Geschichte dazu. Ich hatte eine, jetzt mal ein bisschen humorvoller zu werden, ja, eine Kollegin kam aus Russland, super kluge Frau, habe ich beim ZDF kennengelernt, die hat für mich so sozusagen die schwierigen Arbeiten in Russland erledigt, wenn es darum ging. So, und die kam jetzt aus Russland und hatte mit 14, glaube ich, war das, hat sie sie schon moderiert. Also hatte Fernseherfahrung und wirklich ein gut, bestens geöltes Gehirn. So, und die will jetzt, guckt da, kriegt halt so Stringer, heißt das, Jobs beim ZDF. Also ich kenne mich in Russland aus und kann für euch organisieren und die möchte sich bewerben und bewirbt sich beim Bundesnachrichtendienst. Nicht wissen, dass es sich um einen Geheimdienst handelt. Sie denkt, das ist eine Presseagentur. Hört euch das mal an, Bundesnachrichtendienst. Das ist nicht so dumm, sie ist dumm, der Name ist eine Lüge. Bundesnachrichtendienst und dann wird sie auch eingeladen und die reden miteinander und keine der beiden Seiten bemerken, dass sie von anderen Voraussetzungen ausgehen. Das geht dann so, ja, also bei uns geht es ja nicht nur darum, dass sie in der Zeitung die Meldungen lesen, sondern sie sollen auch eigenständig Analysen machen. Oh, super, das finde ich toll. Und sie müssen dazu viele Kontakte haben und dann erwarten wir, dass wir Berichte darüber kriegen. Die Berichte müssen wahrheitsgemäß sein. Sie müssen, natürlich, natürlich, das ist ja das, was ich machen will. Und sie redet davon, dass sie Auslandskorrespondentin wird und die reden davon, dass sie Geheimagentin wird. Und dann irgendwann platzt das Ganze, als sie dann mitkriegt, kriegt sie mit, was der Bundesnachrichtendienst ist. Und daran sieht man das ganz schön. Das ist sozusagen, und Verfassungsschutz ist auch absurd. Verfassungsschutz im Geheimdienst hat immer die Aufgabe, die Macht des Staates zu schützen und auszuweiten. Und sie ist ein Instrument der Machtausübung. Deswegen Ministerium für Staatssicherheit, richtige Benennung. Verfassungsschutz, wie gesagt, das war mein Argument, das sind wir, die Presse. Wir schützen die Verfassung und zwar vielleicht vor dem Inlandsgeheimdienst. Das ist nicht derjenige, dem die Verfassung, der kann gucken, wenn da jetzt Leute sind. Aber wir sehen ja gerade jetzt im letzten Jahr mit dieser Neufassung der Regeln des Verfassungsschutzes, für was er zuständig ist, da kann der Staat definiert einfach, wer ihm nicht passt. Und dann wird das so geknetet und juristisch so übel zusammengelegt, dass man das anwenden kann auf die Leute, die man als Gegner hat. Und das ist immer, das geht durch die Zeiten durch, verändert sich. Ganz am Anfang durfte ein Kommunist kein Lokführer werden, weil, keine Ahnung, durfte kein Lehrer werden. Und jetzt mittlerweile, dann auf einmal entdeckte der Verfassungsschutz auch die Rechten dafür. Dann war das ein großes Thema. Also das heißt totalitäre Vorstellungen, die davon ausgehen, dass wenn wir an die Macht kommen, ist Schluss mit Lustig, mit Demokratie, mit Rechtsstaat, mit Gewaltenteilung. Dann wird hier mal aufgeräumt. Dafür ist er auch zuständig, das sehe ich ein. Aber jetzt kommen Sie und sagen, wer den Staat diskreditiert, wer ihn diskreditiert, das ist originäre Aufgabe von uns. Ja, also jetzt mal unter uns gesprochen. Wir haben über die Diskrepanz dessen gesprochen, was unsere Regierung tut und was eigentlich gut fürs Volk wäre, beziehungsweise wenn die die Lage in der Lage wären und auch wirksam quasi Volksabstimmungen durchführen würden, würde im Prinzip dieser Regierung, glaube ich, da und dort die Maske runtergezogen, so nach dem Motto, ihr seid ja gar nicht unsere Volksvertreter, ihr macht ja ganz was anderes. Das wollen wir doch gar nicht. Und diese Regierung schützt sich jetzt, indem sie im Prinzip die Demokratie auf den Kopf stellt, also was von der Demokratie übrig ist. Die Demokratie funktioniert ja normalerweise von unten nach oben. Und jeder, der im Prinzip diesen Machtmissbrauch, der dort mitunter betrieben wird, thematisiert, kann als feindliches Element sozusagen über den Verfassungsschutz ins Visier geraten. Ich sage es mal so. Das hat dann große Ähnlichkeiten mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Also das ist ja das Üble, was wir vor uns haben. Ich bin ja, wie gesagt, Wahlsachse. Und viele meiner Bekannten, die ja auch die DDR und die Staatssicherheit noch live erlebt haben, die sagen mir heute, eigentlich ist es viel schlimmer wie damals. Bloß damals wussten wir, dass wir verarscht werden. Damals haben wir das gewusst. Und heute ahnen das noch viele noch überhaupt nicht. Aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, viel schlimmer. Hast du da irgendwie eine persönliche Meinung dazu? Ich kann das bestätigen, dass ich diese Gespräche oft habe. Und zwar wird die Argumentation, ist dann oft so, naja, in der DDR wusste man, wenn man beim Grillen ist, mit wem man reden kann. Und dann hat man auch das gesagt, was man dachte. Und man wusste, was man öffentlich zu sagen hat. Und ich dachte, dass das in der Meinungsfreiheitsdemokratie anders ist. Und sie sagen, ist aber wieder genauso. Und ich habe gerade, ich habe eine Sache, die ich gehört habe, ist, es ist besser lackiert im Westen. Es ist bunt, bunt. Es sieht besser aus, aber ich nenne das immer den verkrumpften Scheißhaufen. Also wenn man tiefer kommt, kommt da was anderes einem entgegen. Und ich erinnere auch, ich empfehle mal einen Vortrag, damit man was versteht. Das ist, der heißt Li. Ich habe den ersten Namen jetzt, das ist ein Chinese, der studiert hat in Berkeley und Risikokapitalunternehmer ist. Das heißt, der gibt Kapital für Start-ups. Und also ein Kapitalist im Wortsinn wirklich. Aber der hat versucht zu erklären, den Unterschied zwischen China, dem chinesischen System und dem westlichen System. Das ist einer der klügsten Vorträge. Ganz knapp 20 Minuten kann ich empfehlen, würde ich auch angeben, wirklich das. Und der sagt, im Westen wird behauptet, dass die Wahlen das Entscheidende sind. Und dann sagt er, und jetzt, das ist so, ihr wählt und dann dauert das drei Monate und ihr seid vollkommen enttäuscht. Weil die Versprechen, die gegeben wurden, sind nicht eingehalten worden. Das ist eigentlich überhaupt nichts. Und dann wartet man bestenfalls auf die nächste Wahl. Aber das war immer so und die wählen immer wieder. Und es ändert sich nichts. Und der sagt, der Unterschied in China ist, dass zum Beispiel ständig Rückversicherung ist. Es gibt keine Wahlen in dem Sinn. Aber die Regierung achtet in jeder Position darauf, dass sie das Volk vertritt. Weswegen wir ja, das heißt die Bevölkerung. Da wird ständig geguckt, wie das funktioniert. Und man steigt auch nur innerhalb der Partei auf. Das ist eine von den Sachen, die man kapieren muss. Man darf das nicht mit Polen verwechseln, wo in der Endphase nicht mal fünf Prozent der KP an ihre eigene Ideologie geglaubt haben. China funktioniert ja auch. Und das funktioniert nicht wegen Kommunismus, sondern wegen dem Konfuzianismus, wegen dem konfuzianischen Erbe. Das muss man sich aber genau angucken. Und da ist es eben Kompetenz. Das heißt, ich empfehle auch Jeffrey Sachs dazu, der dann sagt, wir schreien die Leute nur an und sagen ihnen, was sie anders machen sollen. Ich kenne aber viele von denen. Einige haben bei mir studiert. Und ich treffe in China nur hochkompetente Leute. Es gibt angeblich eine dänische Studie, die den Unterschied des IQs zwischen, fällt nicht gut für uns aus, sage ich mal, zwischen Regierungsleuten in China und in Europa auflösen. Ja, da könnte man doch auch mal die Frau Baerbock nach China delegieren und als Geheimwaffe einsetzen. Genau. Und als erstes ein Gradmesser und 360 erklären. Das ist einer von dem Globus. Aber das ist eben ein entscheidender Punkt, den man, glaube ich, das ist ja zum Beispiel, ich zeige das oft bei meinen Vorträgen und zeige, okay, das Land, was am zufriedensten in der Bevölkerung mit den Medien ist, ist China. Das ist, und die Leute sagen, wo kommt die hier, das ist von einer amerikanischen Firma gemacht und die, und das ist eben, ist ja klar, es geht aufwärts, ja. Und die Leute sind, die sind tatsächlich, also mit den Medien, das ist ja noch absurder, mit der Regierung aber auch. Also das heißt, in China sind es über 90 und in den USA sind das knapp über 40 Prozesse. Und wenn man die Leute fragt, sind wir auf einem guten Weg, ist in China, ich weiß die Zahlen nicht mehr, es geht auch an die 80, 90 ran, ja, sind wir. USA, nein, ja, also das ist real hinterfüttert. Und das sind Unterschiede, warum die Amerikaner auch so eine Angst haben vor diesem Land. Weil die Chinesen haben es geschafft mit zum Beispiel Bildung. Niemand gibt so viel Geld traditionell schon für die Bildung aus wie eine chinesische Familie. Da ist sozusagen an der Schule und an der Uni, das ist sozusagen harte Arbeit, ja. Das ist auch konfuzianisch. Die Chinesen haben auch keinen Adel gehabt. Die haben ihre Beamten immer als den Besten ihrer bestehenden Examen. Also Leistung und nicht Haltung erzählt. Und richtig und auch nicht Herkunft. Es gab eben keinen Adel. Das ist sozusagen, es ist da drin. Und das sind Unterschiede, die sollten wir uns mal vorurteilsfrei angucken. Und nicht diese Propaganda-Version, die eigentlich nur darauf zielt, wie können wir den zukünftigen Gegner, unseren wirtschaftlichen Konkurrenten, wie können wir den ausschalten und diskreditieren. Das ist, ich sage mal, der Ganser-Effekt. Wenn ich lese, dass Daniele Ganser, der die lebende Schweiz ist, einer der friedlichsten Menschen, die ich kenne, also die nicht als sozusagen absolut kriegs- und gewaltunfähig beschreiben würde. Wenn der dann versucht wird als Antisemit und als Gefahr. Und das ist das Gefährliche an Daniele Ganser in T-Online. Das ist so absurd. Das ist so bösartig. Es zielt ja nicht auf Wahrheit, sondern es zielt auf die größtmögliche Diskreditierung. Und so ähnlich läuft unser ganzes Mediensystem, unsere ganze politische Information. Das ist im Endeffekt, ist das mittlerweile ein Kampf, den Leuten zu verkörpern. Aber es gibt ja gar keine belastbaren Argumente. Das sind nur Vorwürfe. Das sind, ja, das ist überhaupt, aber es funktioniert ja. Ständig gibt es jetzt, ich habe es jetzt wieder gerade gehört, Absagen, weil dann die Leute bombardiert werden und sagen, schauen Sie mal hier, in Wikipedia steht das. Und in T-Online steht das. Wikipedia ist ein anderes Thema. Das ist das Thema. Der Unterschied ist, wenn wir uns aufregen, kann man so sagen, sozusagen was wir sagen, wir haben keine Macht. Wegen uns wird niemand aus seiner Position entlassen. Niemand verliert seinen Job an der Uni. Die andere Seite haut eine Person nach der anderen raus. Da gibt es eine Ulrike Gero, die war unerkannt, war CDU-nah, Europa, überall da. Dann redet sie zu Corona und redet auch jetzt zum Ukraine-Krieg. Und das passt nicht in die Landschaft. Und schon ist sie eigentlich unverständlich, dass sie überhaupt an der Uni eingelassen wird. Nicht nur als Profession. Die werden bearbeitet. Und das schaffen wir nicht. Die andere Seite tötet eine Person nach der anderen aus diesem Universum raus. Und mittlerweile gibt es sogar richtige Tote wie Clemens Arbeit. Unglaublich. Wir waren jetzt schon bei der Qualität der Journalisten, der Politiker. Offizielle Verwaltung. Mit dem Adel und so weiter. Und dass es da also eine große Diskrepanz gibt zwischen dem Westen und dem System in China. Ja, wobei ich eben immer darauf hinweisen möchte, wir können, die Leute sagen denen immer, ich würde China hochheben. Wir können das gar nicht nachahmen. Das sind 2500 Jahre Kultur. Wir können das nur beobachten und den Unterschied erkennen. Wir werden nie so werden. Und ich will auch nicht so werden. Ich bin sozusagen griechisch-philosophisch geprägt, nicht konfuzianisch, obwohl da geht ganz gut zum Teil. Aber China ist nur anders und wir werden, auch wenn wir es super gut finden, wir könnten es nicht nachahmen. Es wird nicht funktionieren. Wir müssen aber, damit wir damit vernünftig umgehen, müssen wir sie viel besser verstehen, als wir es jetzt tun. Ja, und über China hatten wir ja auch den Uli im Gespräch. Wir werden demnächst mit dem Herrn Harms noch ein Gespräch führen zum Thema China. Ja, weil das ist ja auch ein Bild, das bei uns geprägt wird, das offensichtlich verzerrt ist. Und ich nehme das wahr, seit einiger Zeit wird China immer mehr verzerrt dargestellt. So, zumindest in den normalen Medien. Und genauso habe ich das wahrgenommen in der Vorgeschichte in Russland. Exakt. Und meiner Meinung nach war ein großer Wendepunkt damals diese Olympiade in Sochi, wo genau dann zum Sportfest des Friedens sozusagen angefangen wurde, Dreck zu werfen. Und zwar nonstop, um quasi ein Feindbild zu generieren. Da sind wir auch schon wieder beim ganzer Erstmal, muss man ein Feindbild generieren. Ansonsten würde ja das Volk diese Aggressionen gegen andere gar nicht mittragen oder sich verführen lassen. Ja, kann nicht nur ja sagen. Ja, okay. Aber gehen wir mal ganz kurz nochmal auf den Ukraine-Konflikt, weil da spielt sich ja im Kleinen was ab, was in Wirklichkeit viel größer ist. Das machen wir dann anschließend gleich wieder groß. Waffenlieferungen. Werden wir damit Kriegsteilnehmer? Sind wir Kriegsteilnehmer? Welche Gefahren erwartest du, könnten sich daraus ergeben? Also erst mal das Wichtigste bei diesem Thema ist, dass es vollkommen Banane ist, was Herr Professor XYZ von der Universität Köln, München, Bonn, Berlin, sonst was dazu erzählt. Also das wird bei uns behauptet, als wenn wir jetzt ein juristisch-staatsrecht-vervölkerrecht-verfassungsrecht-Kolloquium hätten. Und es geht darum, die richtige Antwort zu finden. Und wie ist es denn juristisch? So funktioniert das nicht. Das einzig Relevante an diesem Thema ist, wie werden die Russen es betrachten? Wenn die Russen der Meinung sind, dass wir damit Kriegsteilnehmer geworden sind, dann stehen die Konsequenzen für uns im Raum. Und das wird nicht definiert über irgendwelche Akademiker, die uns erzählen, wie das zu betrachten ist, sondern ob die Russen, das ist jetzt, das ist sozusagen auf der Straße mit dem Colt. Das ist nicht Schreibstube und Note 2 und Ausdrucksfehler. Darum geht es. Und es ist brandgefährlich. Sag nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, man wird eine Atommacht nicht in die Knie zwingen können. Das ist einfach, so funktioniert das nicht. Und man wird auch nicht Putin als lause Jungen betrachten können, den man mal links und rechts eine scheuert und dann darf er sich wieder hinsetzen und ist brav in der Klasse. So ähnlich reden die ja. Das ist auch unglaublich, was sie dort machen. Das heißt, die Chinesen sagen ja öfter, die Amerikaner zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, die Welt anzuführen. Und das würde ich sagen, an diesen Sachen merkt man das am deutlichsten. Es ist brandgefährlich. Und in der Rede, die Putin jetzt gehalten hat, also bitte einmal genau anhören, die Amerikaner und Briten sind gewarnt worden, wenn sie jetzt Leute in der Ukraine haben, die zum Beispiel die Heimars-Raketen mit Daten bestücken und dafür sorgen, und die sind dann in Zivil, dann sagen die Russen jetzt, das sind legitime Ziele. Wir bewegen uns also schrittweise in eine Konfrontation. Die militärische Logik ist eine Logik, die geht so. Das geht nicht rückwärts. Das ist nicht so, dass die einen sagen, wir machen jetzt das und das und sagen die anderen, okay, dann lassen wir es aber lieber bleiben. Deswegen müssen wir, die militärische Logik ist eine der ansteigenden Konfrontationen und deswegen kommen wir gar nicht anders raus als durch Verhandlungen. Und die Amerikaner wurden nicht, was sie ja klar gesagt haben von Anfang an, keinen Konflikt, der auf die USA überschlägt. Aber in Europa Krieg zu haben, ist für die von Vorteil. Einer der Gründe, warum wir nicht die gleichen Interessen haben. Sprechen wir doch mal Klartext. Ich dachte, ich rede die ganze Zeit. Nein, aber dann spreche ich jetzt mal Klartext, zumindest so wie ich das sehe. Vergessen wir mal, dass wir eine deutsche Regierung haben. Wir haben eine US-Marionette, die sich als deutsche Regierung versucht darzustellen. Wie übrigens die Russen uns sehen. Die Russen haben ja klar gesagt, sie machen gar keine Verhandlungen mehr mit EU oder mit Deutschland, sondern das und auch NATO ist sozusagen Dänemark ist nicht das Thema. Dann müssen sie gleich mit den Amerikanern und den Briten reden. So haben sie es ja gesagt. Also ist in der Ukraine in Wirklichkeit kein ukrainischer Konflikt da oder kein Konflikt Ukraine, Volksrepubliken oder gar Russland, sondern in Wirklichkeit ist das nur der Stellvertreterkrieg zwischen der USA und Russland. Und der USA ist es eigentlich, und das hat die Geschichte leider schon oft gezeigt, die nehmen das einfach in Kauf, dass da ganz, ganz viel Schaden erzeugt wird, dass Menschen sterben, dass Militär sich gegenseitig aufreiben, dass unendlich viele Waffen verkauft werden können. Und da könnte man auch noch ein anderes Fass aufmachen über die Finanzen. Aber lassen wir das mal, das ist ein Stellvertreterkrieg. Wozu führt das? Im Extremfall, du hast mehrfach davor gewarnt, man kann so mit einer Atomkraft nicht umgehen. Denn das Risiko, dass Atomwaffen von A nach B und von B nach A wieder zurück und das 7000 Mal fliegen, das ist zu groß, dann kann man hier einpacken. Und zwar alle weltweit können wir einpacken. Also das gilt es zu verhindern. Da muss man jetzt wieder sagen, das Gefährlichste daran ist, dass es Leute gibt, die glauben, sie können einen konventionellen Krieg hochskaliert auch mit Russland führen. Also das heißt, in den Köpfen dieser Leute ist die Gefahr eines Nuklearkrieges vernachlässigbar. Davon wird immer mehr geredet. Und das ist die gefährlichste Variante. Das heißt, Leute... Weil die Provokation kennt da dann keine Grenzen. Weil die sind Leute, die werden uns, die können uns... Das ist ja, das braucht ja nur einmal schief gehen. Da gibt es keinen Lerneffekt dahinter. Und deswegen ist für ein vernunftbegabtes Wesen ist, dass man sich nicht in die Nähe dieser Situation begibt. Ich habe jetzt noch ein Beispiel. Das ist General Lee Butler, der ehemalige Chef des strategischen Bomberkommandos der USA, wurde aufgelöst nach 89. Und Lee Butler, der mit allem zu tun hatte mit Nuklearwaffen, der Leiter davon, der hat gesagt, ist dann danach in nukleare Abverüstungsinitiativen eingetreten, hat für die Abschaffung der Atomwaffen plädiert. Für die Abschaffung. Und er hat gesagt, wir haben den Kalten Krieg ohne nuklearen Holocaust überlebt, aufgrund von Können, Glück und göttlicher Intervention. Und das Letzte in höchstem Maße. Das sollte uns allen zu denken geben. Das heißt, diese Vorstellung, dass man das beherrschen kann. Man sollte den Leuten, die da Murphy's Law, Also was schief gehen kann, wird schief gehen. Und dann gibt es noch Murphy's Law of Thermodynamics. Thermodynamics, das heißt, unter Druck wird alles schlimmer. Also das ist, diese beiden Sachen, das sind Leute, die spielen Babank. Und diese, das ist mittlerweile en vogue. Das heißt, die Amerikaner haben über ihre Politik zum Beispiel, das, was ich beschrieben habe in meinem Film, über die Täuschung. Also das heißt, über diese machiavellistischen, diese neuzeitlichen Gift-Dolch-Venedig-Florenz-Methoden. Borgias mit Päpsten, die Kinder kriegen. Also dieses Ganze mit diesen Methoden, wo ja Machiavelli herkommt, der sein Buch erst mal gefoltert wurde und dann geschrieben hat. Also diese Methoden sind so en vogue geworden, dass wir näher und näher daran rücken. Und irgendjemand muss diesen Leuten das Handwerk legen. Und ich sehe nicht, also ich sehe sozusagen, Russlandwirt ist nicht der Bär, der auf einmal losspringt und das arme Kaninchen, sondern das ist ein Hund, der in die Ecke getreckt worden ist, der getreten wird die ganze Zeit und die wundern sich, dass er geschnappt hat. Das ist die Situation, die wir jetzt haben und es ist brandgefährlich. Also das heißt, diese Waffenlogik und der Bärbock, die sagt, und ich habe es heute wieder gehört im Radio, das geht nur dann zu lösen, wenn Russland den Krieg verliert. Verhandlungen sind gar nicht mehr möglich mit denen. Ja, Wahnsinn. Du hast gesagt, wie kann man denen das Handwerk legen? Wie wäre es denn einfach, wenn wir ihnen die Gefolgschaft verweigern? Eben, genau. Wie machen wir das effektiv, wäre eine Sache. Aber wir brauchen erst mal, dass die Stimmung so ist. Erkennen die Menschen eigentlich, in welche Gefahr die sogenannten Regierungen im Prinzip jeden Einzelnen bringen? Wir werden morgen sehen. Morgen ist die Demonstration in Berlin. Es gab jetzt 600.000 Unterschriften für diesen Aufruf. Da werden wir das teilweise sehen, wie viele Leute da auf die Straße gehen. Wenn es 100.000 sind, wird das ZDF melden 20.000, gehe ich mal davon aus, oder 5, irgendwas in der Art und Weise. Aber wir werden ein Gefühl dafür kriegen. Ich bin da im Moment sozusagen, ich habe so den Eindruck, dass es mehr wird. Also, dass die Leute, die sehen, es betrifft ja viele Leute direkt in ihrem Leben. Also, das heißt, dieses Frieren für den Frieden, Frieden für Krauss-Maffei oder Rhein-Mittal, ich weiß nicht. Das ist ja, wir kommen ja in eine Situation, die zunehmend, wo klar wird, das ist nicht ein Monat mal die Heizung niedriger stellen, sondern das geht richtig los. Und die Leute, die uns sagen, dass man das gut aushalten kann, sind nicht die, die am empfangenden Ende dieser Politik stehen. Also, ich weiß, ich bin nicht so optimistisch, dass ich sage, ja, ich sehe sozusagen, die Bevölkerung hat die Nase voll. Und wir sind auch keine Franzosen, die dann auf die Straße gehen und richtig Rabatz machen. Wir sind auch keine Italiener. Wir sind, ich weiß nicht, Spanier sind auch nicht so doll da drin. Aber die Tschechen haben das ganz gut gemacht. Hat es nicht Napoleon mal gesagt, dass die Deutschen so gutmütig und so verbissen sind und sich selber dann Feind werden, die Lügen mittragen, auch gegen ihresgleichen und erst dann anfangen aufzustehen und zu kämpfen, wenn es nichts mehr zu verteidigen gibt? So etwas Ähnliches kenne ich von eben. Den zweiten Teil mit Kämpfen, wenn es nichts mehr zu verteidigen gibt, das kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt, das ist nicht unsere Stärke. Ich denke dann aber immer, zum Beispiel die Schweizer. Das ist immer mein Beispiel. Die Schweizer haben das jetzt 400 Jahre richtig gut hingekriegt. Da kann man darüber sagen, was man will. Das ist ja sozusagen das Mutterland des Spießertums in gewisser Weise auch. Aber, aber, es ist, das ist lebendig. Und ich auch immer noch, zum Beispiel, auch immer noch, das ist ja Teil des amerikanischen Mythos, also dass da jemand aufsteht und redet. Und das gibt es auch in den USA. Das ist lebendiger. Der Journalismus zum Beispiel, also Tucker Carlson mit Jimmy Dore, das geht da. Ja, wir haben das gerade gesagt, irgendein Elsässer wird eingeladen, wird euch wahrscheinlich, wird dann gefordert, dass sofort der Kanal abgeschaltet werden muss. Wir haben hier mittlerweile eine Stufe von einer Nicht-Lebendigkeit im Diskurs. Sozusagen, man könnte ja eine Diskussion machen und dann sagen, ich finde das nicht richtig, was er sagt. Und das werde ich in der Diskussion ihm zeigen. Aber doch nicht durch diese Verbote. Das ist doch, boah. Also dieses Lebendige, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir mehr Simon Hirsch zum Beispiel, der Journalismus betreibt. Und natürlich darf hier der Herr Elsässer genauso Platz nehmen, wie die Frau Wagenknecht oder die Alice Schwarzer. Und wer weiß, vielleicht dreht sich ja auch die Außenministerin nochmal 360 Grad. Also sie sind auch eingeladen, davon abgesehen. Das ist unsere Aufgabe. Nochmal als Journalist, jeder muss mit mir reden können. Ich muss nicht jeden knutschen und jeden gut finden. Aber jeder muss sich auch darauf verlassen können, dass, wenn ich mit ihm rede, er sich wiedererkennt und nicht das Ganze eine öffentliche Hinrichtung wird. Was ja auch ständig passiert. Ganz genau. Okay. Krieg gegen Russland kann man gar nicht gewinnen. Es ist eine Atommacht. Ja, lassen wir das einfach so stehen. Jetzt machen wir aber Sanktionen, Sanktionen, Swift-Abkommen, lassen uns die Nord Stream 2 wegbomben. Der Olaf Scholz steht wie ein kleiner Nick-Hund daneben und freut sich, wenn der amerikanische Präsident sagt, naja, wir schaffen das, wir werden das verhindern, wir schaffen das. Was für eine Erniedrigung, ja. Das ist ja auch, was ist denn das? In Wirklichkeit ist damit, dieses Bild zeigt alles, also bezogen auf unsere Regierung. So, was machen denn die Russen jetzt in dieser Zeit? Wirken die Sanktionen oder wird die BRICS noch gestärkt? Ja, um nochmal das ganz große Bild zu zeigen, möglicherweise läuft es ja auf eine neue Blockbildung hinaus. Ja, also ich würde sagen, wir sind mittendrin in dem Entstehen einer neuen multipolaren Welt und der wirkliche Konfliktgegner für die Amerikaner ist nicht Russland. Russland ist militärisch sehr wichtig durch seine Nuklearwaffen, dass sie die noch haben. Und vielleicht als Rohstofflieferant? Als Lieferant, also weil sie viele Rohstoffe haben. Da kann man noch, jetzt soll sozusagen, in gewisser Weise kommt ja jetzt das, was unter Jelzin gestartet wurde, die Ausbeutung Russlands wird erneut, also die Gas- und Ölquellen, wo die falschen Leute drauf leben, sollen endlich dahin zurückgeführt werden, wo sie immer schon hin sollten, nämlich ins amerikanische Eigentum. Ja, es kann ja nicht sein, dass ausgerechnet die Rohstoffquellen auf russischem Territorium liegen. Und auf arabischem, das ist jetzt aber ein Auslaufmodell gut. Aber ich meine, die sind ja eh größenwahnsinnig. China ist der Punkt, um den es wirklich geht. Das müssen wir doch mal klarstellen. Wir kommen gleich zu China nochmal. Ich will nur diesen Größenwahn von den Amerikanern nochmal ganz kurz beschreiben. Haben die nicht auch erklärt, dass sämtliche Rohstoffvorkommen in unserem Universum den Amerikanern zustehen? Ja, die haben in ihrer Weltraumstrategie, das muss man sich auch mal vorstellen, die behandeln das so wie den Wilden Westen. Wenn es Indianer gibt, gute Güte. Deswegen gibt es wahrscheinlich Avatar, den Film. Weil er sozusagen, das ist die Vision, die, der ist tatsächlich in gewisser Weise, habe ich gedacht, als ich den geguckt habe, wie kann man den gucken, ohne an die Natives, also die einheimischen ersten Stämme zu denken, ja. Wie ist das möglich? Und das ist aber tatsächlich so. Das ist in der Bush-Regierung gab es dann, das ist auch die Schürfrechte für Weltall, also für Asteroiden und sowas werden dann von den Amerikanern verteilt werden. Das ist Größenwahn. Genau, Wahnsinn. Größenwahn. Aber deswegen nochmal China, dass man das kapiert. Es geht jetzt darum, Russland erstmal zu schwächen, ja. Und Europa beseitigen sie auch gerade einen Kontinent. Ich möchte das so sagen, was im Moment passiert, wenn man DDR-Bürger ist, hat man das schon mal erlebt. Da kam aus dem Westen, die Leute haben geglaubt an die Einheit. Ich erinnere mich damals, wie die Leute zu Hause, ich hatte mal bei der Familie, die hatten so einen großen Geschnitzen mit Deutschlandkarte und wir werden alle eins, ja. Und dann waren die zutiefst enttäuscht davon, dass sie eigentlich nur über den Tisch gezogen wurden. Die Ostdeutschen haben das erlebt, dass sie sozusagen ihre, sie glaubten, sie kriegen die Welt, die sie im Fernsehen kennen und bekamen Arbeitslosigkeit und sozusagen Hartz IV. Und jetzt ist es so, dass der Rest von Deutschland wird das Gleiche kennenlernen mit dem, was jetzt von den USA kommt. Das heißt, wir werden zurückgestuft werden, also das, was BASF jetzt gerade blüht, werden zurückgestuft werden auf einen Rumpf Deutschland mit einer fatalen Wirtschaftsentwicklung, weil wir auch nicht mehr gebraucht werden als Frontstaat. Das ist jetzt Polen. Polen hat die Rolle, die Deutschland vorher hatte. Polen wird immer wichtiger. Polen wird die stärkste Macht in der NATO werden. Und Deutschland ist Rudis Reste-Rampe. Sie haben es aber noch nicht kapiert. Sie sind überflüssig. Sie sind bestenfalls noch als Kanonenfutter gut. Und das ist das, was die DDR-Bürger erlebt haben, werden die Wessis jetzt auch erleben, nämlich den Abbau, die Dekonstruktion eines Industriestandortes. Weil man kann jetzt ja, die ganze Mittelstand kann man gegen die Wand fahren. Die Firmen konnte man nicht kaufen. Die waren nicht über Aktien zu kriegen. Die waren nicht auf dem Finanzamt markthandelbar. Wenn die insolvent sind, kann man da gut absahen. Und das, also das, was die DDR-Leute glaubten, dass mit dem Westen der Reichtum kommt, dass es jetzt, wir kriegen erzählt, wir müssen jetzt zusammenstehen gegen Putin. Es ist aber, um die USA in die Situation zu bringen, dass sie sich mit China, dem aufstrebenden China, dem jedes Jahr wachsenden Drachen, den immer wichtigeren, bei dem die Sachen gut funktionieren. Guckt euch mal USA drin im Rust Belt, also wie das in Chicago, wie das aussieht. Das ist wie ein Tarkowski-Film, Stalker oder sowas. Also das heißt, das ist doch der Konflikt, der ansteht. Und das wird langsam aufgebaut. Deswegen diese Ballon-Hysterie. Stell dir mal vor, da kommen jetzt ein paar Wetterballons rüber und dann werden die mit dem Jäger abgeschossen. Habe ich jetzt gerade vor kurzem gehört von John Helmer. Der hat gesagt, dann schicken die Russen und die Chinesen jetzt mal 5000 Ballons rüber. Was machen denn dann die Amis? Sie haben keine 5000 oder können denn nicht diese Raketen alle abschießen. Das ist dann, wenn sie das als Gefahr bezeichnen, dann ist das leicht aushebelbar, die amerikanische Militärmacht. Und das ist aber, das ist ja nur eine Inszenierung. Dieser Ballon ist eine Inszenierung oder die Ballone, damit man sagen kann, China gefährlich. Und wir kriegen, da gab es den Chef vom Transportkommando, der hat gesagt, unglaubliche Zitate, sozusagen, wenn man einen Krieg hat und den Feind töten kann, dann ist das gut für das Selbstbewusstsein und für die Ehe. Solche Sprüche kommen da von dem. Und der hat dann gesagt, wir werden den Krieg mit der USA, den Krieg mit China, der wird kommen und er geht davon aus, ein Jahr, zwei Jahre. Es gibt andere, der Ben Hodges, ehemaliger Chef der Armee, der hat schon bei Elmer Thewissen 2018 hat er das gesagt, der Krieg mit China ist unausweichlich. Hat sich, Elmer Thewissen hat das Mikrofon, hat nicht nachgefragt. Das kriegen wir in Reihe. Aber China steht doch nicht alleine. China ist jetzt immer mehr quasi an der Seite auch von Russland. Russland wurde ja von westlicher Seite immer wieder die Hand weggeschlagen. Immer wieder. Ganz genau. Jetzt isoliert sich sozusagen Europa über die Nord Stream 2, über SWIFT, über die Sanktionen quasi von Russland. Und Russland ist damit natürlich, wie soll ich sagen, gezwungen oder auch nicht gezwungen. Auf jeden Fall haben die natürlich Grenzen nach China, die haben Grenzen nach Indien. Die haben die BRICS, die Shanghai Operation. Und in Wirklichkeit findet ja hier ein Bündnis statt. Ich sage jetzt mal ein Bündnis, das die Schnauze voll hat von dem Westen, das zahlenmäßig jetzt von der Wirtschaftskraft, aber auch von der Bevölkerung, aber auch von allein dem Territorium inzwischen ja übermächtig ist. Ja, also das heißt, das verschiebt sich. Und das ist etwas, die bisher ist den Amerikanern ja immer gelungen, das durchzusetzen. Auch zum Beispiel Petrodollar und sowas. Und das selbst Saudi-Arabien macht nicht mehr mit. Genau. Also das heißt, wir haben eine Situation, dass der, wenn man anguckt, ich weiß gar nicht, wie die Abstimmung heute in der UN ausgefallen ist. Die wollten ja sehen, wie denn die Zustimmung zu ihrer Politik ist. Also man guckt, Afrika hat sich komplett verabschiedet, hat da gar nicht mitgemacht. Südamerika, nur Französisch-Goyana hat gestimmt für die amerikanische Politik. Also das heißt, und dann, sie haben treu an ihrer Seite Japan. Ja, bei Südkorea, okay, kann man auch. Aber sag mal, Japan hat auch noch keinen Friedensvertrag wie wir, oder? Nee, das ist auch, aber die haben ja zum Beispiel auch ihre Verfassung geändert von Selbstverteidigungsstreitkräften auf einsetzbares Militär. Also die sind, also Japan und Deutschland sind in einer sehr ähnlichen Situation. Und das können wir uns auch angucken. Japan war ja in den 80er Jahren, war das das, was heute China ist. Wurde gesehen, als die Macht, die Weltbank, die wirtschaftlich. Werke Bank der Welt, ne? Genau. Ich habe das jetzt gerade in meinen Recherchen für Herrhausen, es ist 1988, sind von den 25 größten Banken der Welt 18 japanisch. Die ersten 18, nicht die ersten 18, aber sozusagen, die sind alle oben. Und die erste, die kommt, ist auf Platz 11 die Deutsche Bank, die ausländisch ist. Also das ist, das war so. Und jetzt ist, China ist sozusagen aber von der gesamten Struktur, das heißt, die haben es geschafft, zum Beispiel in ihrem Bildungssystem, das hatte ich vorhin erwähnt, und die produzieren Wissenschaftler, Patente und nicht Massenpatente, sondern Hochleistungspatente. Da kann man also zugucken und sagen, da geht's, das wird die Zukunft. Und die haben eben auch Leute, und sie verhalten sich eigentlich immer vernünftig. Also das heißt, von China ist nicht so, nicht so eine merkwürdige, es wird versucht, das mal so darzustellen. Aber das ist, wenn man sieht, und die Entscheidung, wie die reden, das ist nie so laut, das ist nicht, also nicht, sozusagen mit dem Colt in der Tasche. Also das ist, das ist auch, verhält sich wie eine, wie eine Großmacht. Ja, das ist, und die Amerikaner müssen Angst haben davor. Deswegen kommen ja die ganzen Regeln, die früher waren, Freihandel. Ja, Amerika war immer frei, Freihandel. Und jetzt ist klar, mein Telefon ist von Huawei, und das wird dann über Sanktionen ausgeregelt, dieses Problem, dass die gut sind. Die sind mit den Telekommunikationen die besten, also werden sie über Sanktionen ausgehebelt. Und das geht in Reihe. Also das heißt, die Amerikaner versuchen jetzt so, die große amerikanische Mauer zu bauen und das zu verhindern, und wollen das auseinanderdividieren. Sie sind nicht mehr, die Globalisierung ist nicht mehr ein amerikanisches Projekt. Das soll beendet werden. Sie wollen die Chinesen über die Chip-Herstellung kleinkriegen, indem sie ihnen das wegnehmen. Taiwan. Taiwan ist, deswegen ist Taiwan einer der wichtigen Standorte. Also das heißt, das ist der tatsächliche Konflikt, der kommt. Und da wird dann auch jetzt, sofort wird dann die deutsche Freiheit auch im südchinesischen Meer verteidigt werden. Da wird die Marine, darf dann nach Afghanistan, was ja ein großartiger Erfolg war, wie wir uns alle erinnern. Nach 20 Jahren wurden die Taliban durch die Taliban ersetzt. Das muss immer erst mal jemand nachmachen. Und der Krieg ist ja auch gerade rechtzeitig beendet worden, damit man dann in der Ukraine den Rücken frei hatte. Das Militär musste ja auch was zu tun haben. Also für die Rüstungsindustrie. Also für die Friedensstiftung fordere ich das Verbrenner aus, und zwar für nächstes Jahr und für Panzersupport. Gut, dann haben wir zumindest diese Kuh vom Eis, weil ich glaube, es läuft darauf hinaus. Zumindest habe ich so ein Gefühl, es wird versucht, uns quasi ins Feuer zu schicken, seitens der USA, um das zu verhindern, was eigentlich gar nicht mehr zu verhindern ist, anstatt tatsächlich einen Paradigmenwechsel zu machen und sagen, lasst uns bitte auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das wäre eine deutsche Außenpolitik-Aufgabe. Genau. Das wäre eine supergute Aufgabe für die deutsche Außenpolitik, weil, ich sage das immer so, wir sind zu groß und zu schweigen und zu klein und zu herrschen. Wir sind in so einer komischen Rolle. Und die Rolle, die wir einnehmen könnten, wäre die des Ortes, was Genf war, wo man verhandeln kann. Aber Angela Merkel mit Minz, Eis und Zwei hat uns sozusagen schon ein riesiges Loch in den Fuß geschossen. Nicht mit der Pistole, sondern mit der Panzerfaust. Ja, die Glaubwürdigkeit ist dahin. Das heißt, das kriegen wir vielleicht noch, wenn wir sagen, Angela Merkel ist auf einem einsamen Gummiboot im südchinesischen Meer ausgesetzt und ist jetzt auf einer Insel angekommen und wird sich in Zukunft von Kokosnüssen ernähren, dann funktioniert das vielleicht. Aber deswegen nochmal, ich empfehle dieses Buch von Stefan Baron, Ami, Go Home, weil der beschreibt genau diese Situation. Wir sind auf einem Kontinent, mit dem, das gibt kein Europa. Bitte guckt mal auf die Landkarte. Das gibt Eurasien. Eurasien. Das ist eine Landmasse. Wir haben die ganzen Geostrategen, die das schon definiert haben. Und wir werden dort gut miteinander auskommen können. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Amerikaner nicht versuchen, uns als die nächsten Indianer zu betrachten. Alles klar. Es ist umfangreich. Wir könnten wahrscheinlich auch stundenlang weitermachen. Wenn ihr mit dem Dirk so eine Fortsetzung des Gesprächs, so ein Update vielleicht in ein paar Monaten haben wollt, schreibt uns bitte in die Kommentare. Wir wünschen uns allen morgen viele, viele, viele aus allen Lagern Teilnehmer in Berlin und zwar für ein Friedensmanifest, wenn unsere Regierung in Berlin meint, Krieg spielen zu müssen oder sich in den Krieg ziehen zu lassen. Wir sind dagegen und deswegen morgen gilt es, die Anerkennung der Interessen aller anderen muss mit auf dem Tisch sein. Ich bin dir auch dafür, dass wir nicht mehr hören auf diese Cancel-Culture-Geschichten, dass wir uns nicht vor uns hertreiben lassen. Richtig. Wir müssen diese Leute vor uns hertreiben. Genau. Und wenn sich die Frau Baerbock mal 360 Grad drehen will, ja, wir hatten ein paar Vorschläge. In diesem Sinne. Ich danke dir. War mir ein Vergnügen. Ich danke dir.